Hallo Erdnussbuta, hallo Angel, hallo Maurice, hallo Anne, was machen wir heute? Wir fangen Pokémon. Wir fangen so viele Pokémon, wie zum Beispiel versuche ich in diesen Berg hier reinzukommen. Hallo Main, hallo J-Gamer, hallo Zink, hallo Happens, hallo Mauslo, hallo MG, MJ. Wie komme ich runter an das Meer? Wie komme ich in den Vulkan? Ich will in den Vulkan. Wurde gestern das Spiel beendet? Nö. Das passiert auch nicht so schnell. Hallo Daniela, hallo Redface. Ich erinnere mich, dass ich ja am Anfang vom Spiel so durchgerannt bin. Das heißt, hier sind noch so viele Low-Level kleine Loser-Trainer, die ich jetzt alle One-Shotten muss. Das dauert jetzt. Ich muss eh noch meinen Parasack holen. Ich habe gestern nur ein bisschen noch gespielt und habe noch zwei Miniras gefangen, was eine Stunde oder länger gedauert hat. Miniras? Echt? 5%-Mons sind einfach wie 1%-Sachen hier. Hype in den Chat? Bitte nicht. Bitte nicht. Hör auf zu hypen. Hör auf zu buttern. Ähm. Ist gleich nebendran. Hallo Versi. Hallo LaMarco. Fällt auf. Ich bin immer so tief. Aber das war, weil ich letztens den Stuhl runter habe. Ich bin eigentlich viel größer. Holen wir uns ein Parasack. Rüdiger, tiefer. Nicht so tief, Rüdiger. Ähm. Eigentlich sollte ich ja auch Fluffel auf mir holen. Machen wir. So. Die stärksten hinfort. Die stärksten sind, was ich gar nicht sehe. Die stärksten sind Wolverog und Donarium, glaube ich. So. Mit Parasack auf Level 51 soll ich schneller sein als alle Level-Low-Level-Viecher hier. Geil, dass das einfach hier ein Flugpunkt ist und 50 Meter weiter hier. All right. Ich muss, ich will irgendwie, äh, in diesen Berg, in diesen Vulkan da rein, denn da gibt's Wuffels. Ich weiß, es gibt auch woanders Wuffels. Aber ich will eh in den Berg rein. Ich glaube, da geht's hier rein. Ich habe den richtigen Starter. Fucking Silvarro, was in diesem ganzen Spieldurchlauf nichts geleistet hat. Sehr enttäuscht von Silvarro. Sehr enttäuscht. Und ein Fluffel-Low bekommt jetzt Level 20. Wenn es sich richtig anstellt. Bauzeit. Mhm. Kannst du bitte deine Autokorrektur von deinem Handy ausmachen? Du bist hier nicht. Im WhatsApp. In der Family Group. Out's der Bob. So, ein stinknormales Wuffels. Bitte. Muss ich nachschauen, wo das ist. Irgendwas muss hier... Ich glaube, hier ist der Berg, wo man ne Crossma am Ende findet. Wenn wir die Story durch haben. Wenn wir ne Crossma besiegt haben. Aber... Jungen Kiefer. Warte, so, wo gibt's... Ich hab mir alles gebookmarkt, ey. Wuffels ist hier in Höhle oder... Nee, draußen. Zentraler Felskettel. Da gibt's auch Pandir. Wuffels 20% draußen. Sonst brauchen wir hier nichts. Nein, nichts. Töte mich, Flungen Kiefer. Töte mich. Töte mich. Ich hätte die Katze nehmen sollen. Nein. Wobei, die ist stärker, oder? Was ist für Egro eigentlich? Feuerkampf? Feuerunlicht? Feuerunlicht, oder? Ne Crossma ist beim Durchspielen nicht zu übersehen, wenn du es fangen willst. Was redest du? Ah, Ne Crossma nur Sonne und Mond hier. Hier ist gar nicht Ne Crossma. Lame. Das wäre so geil, wenn... Wenn einfach Fuegro auch Feuer verlieren würde. So wie... Wobei, das geht nicht. So wie Silvaro einfach Flug verliert. Okay, irgendwie ist dieses Flungen Kiefer zu schwach. Ich hau ab. So, wie kommen wir hier raus? Soll ich mal einen Schutz anmachen? Hier ist nichts. Ich muss einen Schutz anmachen. Das ist ja schrecklich hier dran. Glaubst leicht, ich lüge dich ab. Ich glaubst leicht, dass du mich ablügst. Und ab jetzt konzentriere ich mich auf jede Aussage, die du tätigst und werde eine Gelegenheit finden, in der du mich angelogen hast. Wieso eigentlich hell? Ja! Äh, das... Ich war gestern wieder zu voreilig. Mit dem Beschweren. So von wegen... Oh, was ist die Kacke? Jetzt ist die ganze Map dunkel. Nee. Ist sie halt nicht. Nur die letzte Insel ist dunkel. Der Rest ist einfach komplett verschont. Das heißt, im Endeffekt ist die Story totaler Quatsch. Weil sie sagen, wir müssen Alola retten. Also allen anderen Inseln geht's super. Es ist wirklich nur die letzte Insel, bei der dieses Dunkelheitsloch über der ganzen Insel ist. So, wo ist mein... So, ich guck mal. Ich muss ja auch hier mal gucken. Es gibt ja so Favoriten, oder? Wo ist das? So ist Superschutz. Topschutz. Gibt's hier in die Mehrzwecktasche. Wunderschön. Was tun wir da noch rein? Farbschutz. Hat ich da nicht mehr Kraftring? Wo ist dieser Zitterorb? Zitter... Was ist Schutzbong? Achso, das ist alles von... Zitterorb will ich. Ist der Zitterorb auch hier? Da ist Zitterorb. Mehrzwecktasche. Bei den Zitterorb wendet man im Kampf an. Ah, da gibt's das ja auch. Okay. Hauptschutz. Welcher ist dein Lieblingsball? Ähm... Der... Jetzt will ich schauen, was da ist. Oh Gott. Taurus, du fettest. Der Volleyball. Hallo Ferret. Mein Lieblingsball ist... Wo war's hier? Oh, ruft man hier einen Toro? Ich bin noch nicht bereit dafür. Ach, hier ist ein Z-Kristall. Oha. Okay. Wer ist das denn jetzt? Du bist neu. Achso, es muss einfach jemand kommen und mir das beibringen. Die Golferin. Ich weiß nicht, was mein Lieblingsball ist. Mondball. Heilball. Tauchball. Tauchball. Hallo. Ich hol hier mal gute Laune ab. Hast du das jemals schon gemacht? Davor? Hast du jemals hier schon mal gute Laune abgeholt? Hallo, Biest. Hier gibt's keine gute Laune. Ich weiß auch nicht, was du erwartest. Oh mein Gott, wie soll ich... Hä? Horos. Letzer. Köderball ist geil. Wie sieht der Köderball aus? Ich weiß gar nicht. Wo liegt hier so viel rum? Mensch, immer die Menschheit, die alles verschmutzt. Biest. Du hast es geschafft. Du hast es echt geschafft. Nicht das, was du willst. Denn Gengar ist ziemlich, ziemlich langweilig. Aber du hast etwas 10 Mal Geileres und auch noch 20 Mal Seltener. Denn du bist ein Shiny heute. Und zwar ein Shiny Krippok. Und jetzt kommst du mit... Oh nein, das ist kein Gengar. Wer braucht Gengar, wenn du ein Shiny Krippok hast? Beschwer dich jetzt ja nicht über Shiny Krippok. So, ich glaube, ich höre schon die Wuffes rumquietschen. Lame, kein Gengar? Du bist lame. Oh, wo ist mein Gengar? Das zweitbeliebste Pokémon auf der ganzen Welt, das jeder mag. Shiny Krippok bist du. Weißt du, wie cool Shiny Krippok ist? Unglaublich. Hallo, Entaini. Du bist ein Corazon. Auch tausendmal cooler als Gengar. Du bist einfach eine Koralle, die am Sterben ist. Und auch noch nicht ganz tot ist. Hallo, Virox. Welcher ist dein Liebling, Shiny? Anscheinend Chuju. Wenn ich keine dämliche Frage gestellt habe, für die ich mich dann geschämt habe, dann hast du gute Laune hier. Okay. Weil ich bin ein Pokémon, das heißt wie asiatische Krabbenchips. Krippok? Welche Chips heißen Krippok? Was? Wie geil springt Pandir rum. Also hier, beste Gelegenheit, um ein Shiny Pandir zu finden. Virox, wo hast du dein Shiny Pandir hier bekommen? War das hier? In dem Kessel, wo ich gerade bin? Fluffelf ist da. Was war deine Chance, Level 20 zu werden? Hier? Okay. Das will ich irgendwann machen. Ich würde es mir in BDSP holen, aber Moment mal, da war was. Was war? Wir haben jetzt Raub. Ich habe mir Raub geholt. Ich wollte gestern nach Glückseiern grinden. Aber das kannst du vergessen, das geht noch gar nicht. Ich komme da noch nicht hin. Ich muss erst, äh, 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 Sackrom, nicht Sackrom, ähm, ihr wisst schon was. Besiegen, um zu dem Bereich in Pony hinzukommen, wo es Charneras gibt. Und dazu habe ich mir Raub geholt. Weil mit Raub kann ich dann den Glückstein klauen, ohne es jemanden hier immer fangen zu müssen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und festgestellt, ich kann da noch gar nicht hin, wo die Charneras sind. Weil es auf der Ebene ist, die man noch nicht betreten kann. Kann man erst betreten, wenn man dieses eine Ziel besiegt hat. Soll ich die jetzt dauernd besiegen? Können die was cooles halten? Der tödliche Raub. Hier ist cool, weil jedes Pony, das kommt, ein anderes Muster hat. Ja klar, muss ja sein. Es ist ja nur ein Go so, dass es da nur... Wie viel gibt es denn Go bloß? 8 Stück? 16 Stück? Hattest du schon den Kampf gegen Ultranekrosma? Nee, weil wir den gar nicht schaffen. Heute werden Pokémon gefangen. Aber vielleicht machen wir morgen ne Krosma. Da ist es... Männchen? Jawohl. Hallo Philipp. Das torkelt, wie wenn es betrunken wäre. Willst du damit sagen, es dreht seinen Kopf und seinen Körper um sich selber? In, sagen wir mal, 360 Grad? Das wäre ein richtig krasser Zufall, wenn die Base-Stats von Pandya 360 ergeben würden. Hm. Oh mein Gott, es ist wirklich so. Pandya's Base-Stats ergeben 360. Warum wohl? Pandya ist eins von den zwei Pokémon, die 360 Base-Stats haben. Genau deswegen. Und was ist das andere Pokémon? Wer weiß, die Leos-Mind-Fun-Facts, die ich immer wieder wiederhole. Welches andere Pokémon hat die Base-Stats von 360? Philipp. Saltigant. Saltigant, Philipp. Saltigant. Spring dich nicht in die Luft, bitte. Rollum, oder wie es heißt. Korrekt. Der Marco ist ein zu krasser Fan. Hast du Grandires beim First-Try geschafft? Ja. Das war wirklich nicht schwer. Ich habe einfach auf Grandires draufgehauen, bis es weg war. Halt, ich kann hier abhauen. Das war's. Okay, das war's. Wuffels. Gone. Und abgekreuzt. Blub. Dann machen wir jetzt Wommel, würde ich sagen. Hat jetzt gefühlt ewig gedauert. Du bist halt auch kein so ein krasser Pokémon-Skiller wie ich. Ich meine, ich habe ja Pokémon trainiert, studiert. Und, äh, es wäre schon peinlich, selbst bei Knogger einmal zu sterben. Bärenfelder. Wo ist die? Ich suche die gelbe... Ich war da gestern, aus Versehen. Die gelbe Blumenwiese suche ich. War die auf der dritten Insel? Warte, ich habe doch alles. Wommel. Mehle, Mehle, Blumenmeer. Ja, auf der ersten Karte eben. Oben, 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 oben. Hier oben. Mehle, Mehle, Blumenmeer. War ich gestern aus Versehen. Serapendra. Ne, das nicht. Das hat nicht 360 Base-Stats, sondern Rollum. Denn Rollum rollt. So, hier suchen wir ein Choriogl. Gelb, aber auch Wommel. Und alles sollte zu 20% erscheinen. Ich brauchte einen zweiten Try bei Grandiras. Mein Team ist einfach so scheiße langsam. Wie sieht denn dein Team aus? Ich meine, ich habe auch nicht super Schnelle, aber mein Amphira ist, glaube ich, immer schnell. Aber Silvaro und Donarion sind schon enttäuschend. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so langsam sind. Hallo. Meine Freundin ist verschwunden. Soll ich Polizei rufen? Du hast sie entführt. Es ist immer der Boyfriend. Ich bin gerade dabei, Korelei zu fangen. Da gehe ich auch gleich hin. So, männliches Wommel. Es ist alles funktioniert. Das Grandiras hat gefühlt auf alles eine Antwort, nicht auf Feuer. Mach einfach Feuer, mach Fee. Fee ist viermal so gut gegen Grandiras, weil Grandiras ist Kampfdrache. Eine Fee macht Grandiras einfach platt. Aber das habe ich gestern auch nicht gemacht, weil ich hatte noch gar keine Feenattacke. Aber ich habe einfach mit allen meinen stärksten Attacken draufgehauen auf Grandiras. Frontschlag. Wommel wäre so ein Pokémon, das eigentlich nur weiblich ist. Ich bin heute schon durchs Meer gestapft. Wir sind halt Kaffee holen gegangen. Und dann war Flut. Hat Rosa gemeint, wir können einfach durchs Meer gehen. Und ich habe gesagt, okay. Und wessen Hose ist nass geworden? Ihre, nicht meine. Und das Meer ist so kalt. Und zur Zeit ist anscheinend das Meer das wärmste Meer im Jahr. Und jetzt wird es kälter, weil es ist jetzt noch vom Sommer aufgewärmt. Und es war so kalt. Es waren wie tausend Nadeln. Die mich in die Füße gestochen haben. Aber es ist trotzdem ein geiles Gefühl danach, wenn die Füße so krass durchblutet sind. Aber so ein kaltes Meer. Und Iren gehen einfach manchmal, manche gehen täglich in der Früh einfach ins Meer reinspringen. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. So krass. So kalt. Einfach nur bis zu dem Waden weichen Wasser. Karistos. So krass. So krass. Be proud. Du bist ein Kyurem. Nicht schlecht. grandiras allein wäre ja nicht schwer aber das uhafnir was überschalknall spammt ist lästig ich habe uhafnir komplett ignoriert und einfach grandiras angegriffen xerox soll schlimmer sein so das ist das zweite wommel und schon wieder ist noch kein choreo gelauf getaucht stimmt er hatte gifthieb dieser grandiras zwar in australien auch so mir mit dicken jacken und anderen am baden und andere am baden oder surfen aber grandiras war nicht der letzte herrscher spoiler shut the fuck up was willst du mir erzählen was willst du mir sagen so was ist jetzt hier mit koriogel wo bist du das ist eine quest dass ich seine freundin in diesem gelben meer finden muss wo ist die koriogel form hier chili da ist la wb nicht seltener als koriogel was ist hier los ja es ist ne quest der bb 15 prozent koriogel 20 prozent ich verstehe diese encounter chancen in diesem spiel nicht drei gelbe flabibes und noch kein koriogel das fünf prozent häufiger erscheint da ist sie doch er sucht mich schon wieder ich fühle mich so geliebt es macht so viel spaß und auch übelst der warm duscher brauche selbst bei 30 grad wassertemperatur fünf minuten bis ich abtauchen kann 30 grad wassertemperatur ist schon warm vielleicht jetzt nicht für eine badewanne aber für ein pool ist 30 grad sauber hier die steht da oben du blindfisch was ist das ist keine quest korelei hast ein weibchen gefunden ja 13 prozent und schon wieder ein flabibi kann es sein dass ich vielleicht zuerst irgendwas machen muss damit koriogels überhaupt erscheinen können die sind 15 prozent korelei ist 20 prozent also das würde ich nicht quest nennen wenn einfach zwei leute in der dialog box haben ich muss nichts machen aber auch ewig gebraucht wirst du gegen mich kämpfen bist du stark lohnt sich das mag die hat jetzt ein koreogel sagt jetzt kommt hier das gelbe koreogel und jetzt sind die überall im gras ich habe nur pech ging mir auch so ich glaube aber das ist seit gen 6 oder ist in gen 6 auch schon so gewesen dass du ach so das sind jetzt vier kämpfe die ist auf jedem blumenmäher und hat einen anderen komm mir rein komm mir rein komm mir rein echt gut ja mehr als also gefällt mir okay ich glaube ich habe das gefühl war in gen 6 war das ja auch schon so bei manchen pokémon dass da irgendwie 20 prozent ist und du suchst eine halbe stunde danach was prozentual keinen sinn ergibt vor allem also mal ja aber nicht immer ich hab das hier ja echt die ganze zeit dass so ein 20 prozent noch nicht auftaucht ich habe eher das gefühl dass irgendwas damit rein spielt was poké wiki dass die statistik auf poké wiki nicht widerspiegelt es kann nicht sein dass ich immer die ganze zeit bei diesen 20 prozent mons pech hab du müsstest mal alle fotos aufbrauchen und kommst du erst zur bewertung der fotos achso achso es gibt hier anscheinend eh nichts was ich per foto fangen muss deswegen kann es mir auch egal sein wo sind die vögel oh das warte ist es nee das ist falsch das ist das ist das ist das brauchen wir nicht wir brauchen man tipps 20 prozent aber nur wenn der kross mal besiegt wurde genau bei allen jetzt was ist hier los was ist hier los es ergibt doch keinen sinn wie viel prozent ist lilminip lilminip ist 20 prozent wommel 20 prozent choreogl 20 prozent ergibt 60 prozent hier ist warmball auch nicht für mich ah hier erscheint lilminip und lilminip erscheint nur in ultramond das heißt die exclusive pokémon sind richtig wenn warmball hier erscheinen würde dann hätte ich ultrasonne das heißt mein ultrasonne spielstand auf ultramond triggert trotzdem pokémon von ultramond nur die cutscenes und die uhrzeit bis jetzt ist falsch ähm oder nicht cutscenes sondern die cutscene zeigt das richtige nee die cutscene zeigt warte die cutscene zeigt das richtige das pokémon auf dem ich geritten habe war das falsche 20 prozent tagsüber und nachts morgens erscheint kein choreogl aber nichts erscheint hier morgens was hier erscheint nichts morgens heißt es wenn ich morgens hier bin es erscheint einfach kein pokémon hier wenn es morgens ist äh kann auch nicht sein ich suche choreogl hier steht also in der liste von poké wiki steht morgens nichts das heißt wenn ich morgens hier bin dann ist hier einfach leere kann auch nicht sein tja irgendwas stimmt da nicht ich sag choreogl 5% irgendwas stimmt hier nicht vor allem in ultramond ist ja morgens abends was hier auch schau der hat nen bug der hat nen hänger vorhin kamen vier flabbebe hintereinander und jetzt kommen vier lilminip hintereinander das ist doch keine randomness mehr hier stimmt was nicht ich schicke das spiel zurück ich schicke das spiel zurück muss ich muss ich erst das rote gefunden haben bevor gelbe hier erscheinen hat irgendjemand schon mal nur das gelbe gefangen bevor er alle anderen hatte kommen die nur wenn man den honig einmal gefunden hat es kann nicht sein ja Ich such nach irgendwelchen Infos Es kann nicht sein Du hast auch zuerst das Gelbe gefangen, du hast ewig gesucht Aber, aber, aber Dann stimmen 20% nicht Es kann nicht sein, dass dann 20% stimmen Man kann nicht so viel Pech haben Exakt Ey Weibchen Hallo Henriette Da ist es Okay Trotzdem 20% können nicht stimmen Und ich wette mit euch, das passiert noch bei so vielen Monstern, die ich jetzt suche Dass die 20% nicht wirklich repräsentabel ist Das kann nicht sein Dort Serie, wir sind jetzt auch 20% Ich glaube ja auch, dass es statistisch gesehen 20% sind Aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwas noch mit rein zählt Also im Code steht vielleicht 20% Aber vielleicht steht da noch irgendwas von wegen Wenn es erscheinen immer eher die Pokémon, die man bereits hat Keine Ahnung Ein Chili der Pokémon Ja Ok, ich schläge dich Bist du eigentlich nur Content Creator oder machst du sonst noch einen anderen Job Könnte mir dich vorstellen, gut als ITler, Cutter oder Mediengestalter Ich meine, ich bin Cutter, weil ich meine Videos schneide Ich bin nicht ITler Auch wenn ich vor dem Computer sitze Ich habe gehört, die machen auch nichts anderes Äh, aber Und Mediengestalter ist eine Beleidigung Für meine Für mein Für mein Studium Für mein Bachelor Äh ne, ich bin Ich habe Mediendesign studiert und war 6 Jahre lang Art Director In einer Werbeagentur Aber nein, ich mache das hauptberuflich Ich mache den ganzen Tag Nichts anderes als Für YouTube Videos zu machen Dün, 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 dün Ok Gelb Don Wommel Dann Dann machen wir doch als nächstes Um Verox Ein bisschen Konkurrenz zu machen Suchen wir Kurelei Was in dem Wald ist Und da sind auch viele andere, die ich noch brauche Schattendschungel, Schattendschungel Da oben Ich habe meins Jaja, aber wir gucken jetzt mal, ob ich schneller finde Ich könnte mir dich gut als Klempner vorstellen Hauptberufliche Pokémon Spiele Quasi Und meine 2 Frobeiler und mein Quartermack Willst du nicht 3 Frobeiler? Kann das hier überall kommen? Kurelei Ne, man muss schon ins Quas Hier wackelt was? Oh mein Gott Dich brauche ich auch Kurelei ist hohes Gras Kurelei ist hohes Gras 10% Also in dem Spiel 0,1% Die Spore geht nicht, ne? Ich brauche auch Bubungus Aber das ist nur in der Nacht da Müssen wir wiederkommen Quartermack Ne, bei mir kommt Kommandutan Kommandutan 5% Also ich brauche einmal 10% und einmal 5% Und Imantis 20% Also 1% Und Frobeiler Aber ich brauche noch die Vorentwicklung von Wo findet man denn dann Frobeerl? Gibt es gar kein Frobeerl? Muss man das brüten? Frobeerl, Route 5 Tausch gegen Yorklef Und Schattendschungel Ah ne, Zucht Okay Es ist wie ein Kleinstein Man muss es züchten Lame Ja, Frobeerl muss ich brüten Das habe ich jetzt gerade rausgefunden erst Ich sehe da eher einen neuen Korpsgrinder This song is for the ladies I Come Blood Bleiding wollte ich dich ganz sicher nicht Habe ich so getan, als wäre ich beleidigt Hast du meinen monotonen, disinteressierten Ton damit verwechselt, dass ich beleidigt bin Dann war mein Gedanke ja immer in eine gute Richtung Und klar kattest du deine eigenen Videos, aber dachte vielleicht auch noch für andere So als Abwechslung und Nebenverdienst Du kannst das ja besser als die meisten Ich kann das sicher nicht besser als die meisten Cutter Ich kann tatsächlich nicht sehr gut cutten Was ich cutte, wie ich cutte, ist sehr Standard Also ich mache einfach Cuts Aber ne, ich meine vielleicht, ich habe oft nachgedacht darüber, ob ich Nicht mehr selber irgendwie vor der Kamera bin, sondern nur noch für andere produziere quasi Also deren Content mache, worauf ich oft Bock hätte Aber auf der gleichen Seite kenne ich das aus meinem Job damals Und ich habe es halt gehasst, für andere was zu machen Vor allem designtechnisch Das ist die Hölle finde ich, wenn du für andere Designs machen musst Aber sag niemals nie Nein, 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 nein Bist du eine Pflanze? Nee, du bist nur Fee, du kannst sowas von eingeschläfert werden Hier ist übrigens mein Kurelei Das ging sehr schnell Hier fehlen noch zwei Reisläuse Ich brauche noch eine Reislaus Und ich habe jetzt auch hier auf PokéWiki gelesen Nur dreimal täglich erscheint ein Reislaus Aber das kann auch nicht ganz sein Weil gestern, und wir können den Bot nochmal durchgucken Ich habe nur keinen Bock Habe ich vier Reislaus gefunden an einem Tag An der gleichen Stelle Also nicht so sicher, ob das da so stimmt Nur drei Reislaus an einem Tag Vielleicht nur drei Reislaus an einem Tag Wenn man es auch anrennt Oder wenn man es tötet Aber ich habe gestern sicher vier Reislaus An der gleichen Stelle gesehen Nachdem wir rein und rausgegangen sind Kurelei, Kurelei Wo ist das Kurelei? Buh, Kurelei Buh Habe ich Kurelei schon mal gekillt? Schau, du erinnerst dich besser daran Was ich mache als ich selber Buh, schläft nicht mehr Ich hatte gestern bei Miniras Einen Crit Catch Und es ist nicht drin geblieben Ich habe gestern das erste Mal in diesem Spiel Einen Crit Catch gesehen Arminiras Fangrate Ist hart genug gewesen Dass es ausgebrochen ist Okay, dann brauche ich hier noch ein Quartermack Quartermack Und Und in der Nacht Bubungus Sicher, dass Warte mal Froberl No, no, no Westen beim Fotoplatz Norden So viel? Achso, stimmt Hier gab es drei verschiedene Karten Egal, ich bin in der ersten Eingangsbereich Kommandutan 5% Ne, warte Hier Kommandutan 5% Quartermack Ist Sonne Bubungus 10% In der Nacht Imantis 20% Ne, in beiden Also ich brauche noch zwei Imantis Das ist nicht Exclusive Hallo Candy Mountain Ist in Gen 8 auch so, dass Crit nicht unbedingt drin bleibt? Ja, ja Ne, das ist in Gen 9 Das ist nur in Gen 9 Das ist ein Crit Also anders In Gen 9 ist es Man weiß nicht, ob es ein Bug ist Ich würde sagen, das ist ein Bug Aber Es wirkt mir eher wie ein Bug Den sie locker hätten ändern können Also vielleicht ist es gar kein Bug Aber Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es gemacht haben Damit der ganze Prozess schneller geht Aber die Spannung geht halt komplett dahin In Gen 9 ist es echt so, dass wenn ein Pokémon drin bleibt Dann bekommst du die Crit-Catch-Animation Also du weißt immer, dass wenn der Ball mehr als einmal wackelt Wird es ausbrechen in Gen 9 Ist immer so Aber wenn Du die Crit-Catch-Animation kriegst in Gen 9 Ist es zu 100% Muss es Ist es dann zu 100% drin? Weiß ich nicht, aber Doch ich glaube, dann ist es zu 100% drin So von wegen So, hey, wir bespannen dich nicht auf die Folter Das bleibt drin, also klick Aber ursprünglich ist Crit-Catch einfach nur, dass es Ich glaube, die Chance um 1,5 1,5 mal höher ist, dass es drin bleibt Das heißt nicht, dass es drin bleibt Aber ich glaube, in Gen 9 ist es auch so Nur Wenn du die Crit-Catch-Animationen siehst Nicht siehst, bleibt es auf keinen Fall drin Weil immer wenn es drin bleibt, kriegst du auch automatisch die Crit-Catch-Animation Ich glaube, so was Ich glaube, Crit-Catch gab es seit Gen 5 Oder Gen 6 Ich glaube, 5 So, erstes Emantisch So, erstes Emantisch Noch eins Kommando-Tarn Mal schauen Also wenn ich eh irgendwann mal hier Shiny Pandya machen will Lohnt es sich ja wirklich diese Tromborg Ernte-Dingsbums-Taktik zu machen Kann ich hier Tromborg direkt fangen? Oder wie mache ich mir am besten einen Tromborg? Weil Tromborg ist ein Tauschmon Ich meine, ich kann tauschen Aber dafür muss ich erst noch ein anderes Spiel auch noch so weit spielen Weil das Gastella Ich weiß nicht, bei Gastella wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm Keine reiche Ernte zu haben Ey Okay, wenn ich jetzt sonst keinen Mon mehr hier brauche, weil es noch nicht Nacht ist Dann glaube ich, lasse ich Kommando-Tarn später Mach ich später Wenn ich sowieso zurückkommen muss Wegen Wegen dem Pilz Die hypnotisierende Stimme Kann eine Stimme hypnotisieren, wenn Hypnotisieren komplett optisch ist? Bei Hypnotisieren Hypnotisieren klingt optisch Aber meistens ist der Sound wichtiger Hallo Hallo Toni Da ist das Zweite Okay, dann gehen wir uns erstmal woanders hin Dann nennen wir dich um in Kommando-Tarn Wie wäre es jetzt mit einem... Goufer Für Goufer gehen wir auf die dritte Karte An das Meer rechts Und können surfen 20% Goufer Ja, wir müssen surfen für 20% Goufer Okay In diesem Meer rechts oben Okay Kann ich hier rausfliegen? Das ist ein Wald Ich beruhige Leos Stimme Also vielleicht ein bisschen der Hypnose-Effekt Okay Ihr entspannt euch jetzt alle Und während ihr euch entspannt Bewegt ihr euren Finger auf eure Maus A.K.A. euren Handy-Bildschirm Geht auf Paypal Gebt ein Mail at leosmind.de Dann gebt ihr ein 1 0 0 0 0 0 0 Und dann bestätigt ihr 0 Mensch So ein sexy Mica-Schwimmer Das ist kein Mica-Schwimmer Auch dabei immer Mittagsschlafen Dann schreit er plötzlich Und ich bin wieder wach Ja, ich bin bekannt dafür Dass ich immer nur rumschrei Anleitung nicht richtig verstanden Jetzt habe ich ein Virus Antibiotika Tony will die 51 und 201 Das kann ja nichts werden Die Zahlen, warte mal 51 Das kann nichts werden Die Zahlen kennt doch keiner Was war das? Ich komme 1,00000 Mehr Nullen Dankeschön Tony für 100 Cent Dankeschön Danke, danke, danke Du bekommst auch deine Komische Was war 51 nochmal? War 1 Nee, 100 wüsstig 51 weiß ich gar nicht 51 ist Okay, 51 ist anscheinend Dick da Nee, Dick 3 wahrscheinlich Hey, warum nicht? Weil ein W Bestehend aus Kleinen, süßen Dicks Hallo Dave Was 201 Icognito Danke Henriette Für 100 Bits Dankeschön Hast du Ultra Necroz mal geschafft? Nein Heute fangen wir erstmal Pokémon Ich Habe keinen Bock Necroz mal zu machen Und ich habe auch noch nicht wirklich gelevelt Aber wahrscheinlich machen wir es morgen Kommt drauf an, ob wir heute alle Mons finden Alle wird schwer, weil Gas für Gas Teller will ich wirklich eigentlich diese reiche Ernte Taktik machen Ich weiß nicht, ob ich mal ebenso schnell mir ein Tromborg mit reiche Ernte mache Aber vielleicht ist es auch einfach Hallo Nemesis Hier suchen wir einen Goofer 20% Goofer Gerade haben wir schon über eine halbe Stunde für ein 20% Choreoge gesucht Also kann gut sein, dass wir hier jetzt eine Stunde nach einem 20% Goofer suchen müssen Wie komm ich da hoch Rechts Ja mir klingt Finion so wie jeder Streamer Mimimimimimi Mimimimimimimimimi Die Frau schaften Frau schaften Was sind Frau schaften Der eine Trainer da hat die ganze Zeit mega so das gekrault, voll durch das Wasser hier gekrault trainiert. Dann habe ich gegen ihn gekämpft und dann ist das so debris, dass er einfach jetzt im Wasser stehen bleibt und irgendwann verliert er die Kraft. Männchen! 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 Nein! Ich muss überprüfen, Gufa! 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 Bist du zufällig nur ein Weibchen? Nein! Krass! Fluffeluff! Du hast nicht stark genug gescharmt. Charme doch! Mal sehen, wie schnell ich das 20% Wurfels bekomme. Das Wurfels kam bei mir schnell, oder? Frau? Meinst du Freundschaften? Die Freundschaften? Was ist mit den Freundschaften? Wie komme ich da hoch? Da rechts? Aber wie komme ich denn da rechts? Das ist da ein Toheido Ding? Nee, ich muss irgendwie da drüben runter. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Wir können uns das auch mit einem Level 1 Radfahrt machen. Ich weiß, ich weiß. Es haben gestern schon genug Leute gesagt, wie ich Necroz mal besiegen könnte. Aber das sagt mir das gleiche. Also meine Taktik wäre dann einfach, weil ich es habe. Mein Amphira mit Toxin. Schwarzgurt, äh Fokusgurt auf Amphira. Amphira ist auch noch schnell, also vielleicht schaffe ich es sogar mehr als einmal Toxin zu machen. Dann mache ich einmal Toxin und dann mit 30 Belebern halte ich mich am Leben und dann ist es tot. Aber das ist einfach auch ein bisschen Peinliches so zu machen. Ich meine, da kriegt man mal eine Herausforderung in einem Pokémon-Spiel und dann schieße ich mich durch. Goofa, Goofa. Herrschaften und Frauschaften. Oh, habe ich. Der Moment ist gone. Ey, Goofa. Ich mag Goofa. Vor allem, weil es so sehr der Natur entspricht. Dieses Tier gibt es wirklich und ist sehr, sehr eklig. Das heißt, hier in Ultramond finde ich Zenlong, nicht Fortunator. Was, warum hat Pilzspore nicht geklappt? Achso, es hat geklappt. Alles gut. Necrozma hat halt Level 60, ja. Aber ich kann mir halt auch, also entweder ist es echt blöd gemacht von Game Freak, dass Necrozma zu stark ist. Also unfair stark ist. Aber ich schätze mal, wenn mein ganzes Team Level 70 hat, ist Necrozma schaffbar. Es ist halt komisch, dass sie einen am Ende zwingen, auf Level 70 zu leveln oder krasse Taktiken anzuwenden oder Taktiken anzuwenden, die eigentlich unfair sind. Deswegen irgendwie finde ich das ja wieder positiv und negativ. Ich finde es geil, dass sie so einen schweren Gegner einbauen. Aber dann finde ich es auch irgendwie kacke, dass er ein bisschen, zumindest in dem Moment, eigentlich unfair wirkt. Oder zumindest du musst dieses Finale so krass unterbrechen und dann erstmal ewig leveln gehen, um irgendeine Chance zu haben. Es ist geil, dass sie ihn schwer gemacht haben, aber irgendwie ist es in dem Moment so unerwünscht. In dem Moment wünsche ich mir nicht, in dem Moment will ich irgendwie das Finale vom Spiel erleben und nicht erstmal wieder... Keine Ahnung. Irgendwie ist es komisch, dass sie das Necrozma so stark gemacht haben. Hallo, Kamille. Hallo, Itachi. Eben, und deswegen, du überlevelst dich so krass, um Necrozma überhaupt ansatzweise schaffen zu können und dann rennst du durch den Rest des Spiels. Es ist halt einfach... Ich meine, was sagt ihr? Ist es cool, dass Necrozma so stark ist? Ich finde es irgendwie cool, aber irgendwie ist es trotzdem schlecht gemacht. Für den Spielflow ist es irgendwie komisch gemacht. Wenn Necrozma jetzt ein Endgame-Boss wäre, um Necrozma dann zu fangen oder sowas, mega geil. Aber so in das Finale auf einmal so einen Boss reinpacken, für den du erstmal fünf Stunden dich hochleveln musst, ist irgendwie so unangebracht an der Stelle. Vor allem, wenn danach das restliche Finale dann wieder viel zu einfach ist. So, warum bekämpfe ich euch alle? Money. Da man das nicht mit einem Team auf selben Level schafft, ohne Toxin und Schild, ist Ultranekrosma nicht gut gebalanced. Würde ich jetzt spontan auch sagen. Geht Raub eigentlich in Trainer kämpfen, wenn der jetzt Überreste trägt? Und ich mache Raub. Habe ich denn die Überreste? Für immer? Ich meine, es heißt Raub. So, was finden wir hier cooles. Jetzt hier coole Sachen zum Angeln. Gibt es hier zufällig, weil wir gerade hier sind, Koras Sonnen. Aber ich muss, achso, Koras Sonnen sollte ich wirklich reiche Ernte haben und die Taktik und so. Oder Koras Sonnen die ganze Zeit durchtauschen. Hallo, Dämmnis. Uh, schass. Anola. Wenn, wenn, wenn Mouchas, wenn Mouchas K.O. geht und die, 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 der Panzer fällt zu, wacht es dann mit einer kaputten Zunge auf? Doppel Team, okay. The Fireman. Dankeschön für 10 Bits. Dankeschön. Akuma, du bist ein Felinara. G.G. Es sieht so aus, als ob es hier irgendwas besonderes in diesen Fimpeln gibt. Oder in diesen Pools. Okay, wir haben Gufa. Das machen wir als nächstes. Vielleicht machen wir heute auch Metheno, aber dafür muss ich mir einen Moorlord wahrscheinlich fangen. Oder Anton mit Nassmacher, oder wie es heißt. Machen wir Senlong, Kommandutan, Knirrfisch. Komm, weil wir gerade im Wasser sind. Vielleicht gibt es hier Knirrfisch. Nee, vielleicht. Mal Knirrfisch. Knirrfisch ist ein Angeltier, glaube ich. Knirrfisch, Angel, blubbernde Stelle. 35%. Ist das zufällig auch da, wo ich gerade bin? Küste von Ula Ula. Nee, wo bin ich gerade? Küste von Ula Ula. Nee, nicht Küste von Ula Ula. 15. Route 15. Nee. 14. Nee. Okay, 13. Route 13. Angel, blubbernde Stelle, 35%. 13. Das ist, glaube ich, die zweite Insel. Okay, nein, es ist es. Doch. Es ist hier. In diesem kleinen Zwischenteil. Feuchtigkeit. Bestimmt Feuchtigkeit, nicht Nassmacher. Henriette, du bist ein süßes kleines York-Kleff. Süß. Mag so kleine Yorkschers. Quapuzzi geht auch. Route 13. Zählt das Wasser hier auch für Route 13? Aber da ist kein Angelspot. Da komme ich gar nicht hin. Auch hier würde ich hinkommen. Nee. Ich glaube, hier unten ist auch Wasser. Ah, hier ist Angelspot. Muss ich mich jetzt da hinschleichen? Oder... Ich kann nicht wirklich schleichen. Okay. Knirrfisch. 35%. Schade. Knirrfisch. Das wohl hübscheste Pokémon. Ein ganz Alola. Hallo, JJ. Wo kommen denn jetzt eure ganzen Zettel her? Kapador? Kapador ist... Wie viel Prozent? Ich will nur gucken. 40%. Okay. Loser-Ding gibt es auch noch. Und Knirrfisch. Aber Knirrfisch kommt nach Kapador von der Häufigkeit. Ach, jetzt ist das Blubbern weg. Wie macht man die Dinger wieder zum Blubbern? Ran und raus gehen. Aber hier gibt es keinen... Wie kriegt man die wieder zum Blubbern? Kann ich ein... Kann ich ein... Wunderfelsen reinschmeißen? Wie heißen die Dinger? Wunderstein? Die aus Schwert und Schild? So wahrscheinlich. Einfach Blubber einsetzen. Mensch, Dämnis. Blubber gibt es nicht mehr. Blubber wurde gelöscht in Gen... Keine Ahnung. Drei. Es blubbert. Lörki. Du bist ein... Frubailer. Oder... Frubailer. Ne, wie heißt das? Frubailer. Annel. Du bist eine Donnersichel. Bin ich gerade ernsthaft nicht von einem Kapador weggelaufen? Parasek. Level 30 Kapador. Du bist Level 50. Ich weiß, Kapador geben einen Init-EV, aber trotzdem. Redface. Du bist ein Snubbull. Snubbull. JJ. Du bist ein... Hase. Wer ist da nochmal? Löffel. Vortex. Du bist ein... Bidiza. Und Dämnis. Du bist ein... Serapendra. Wow. Skoppel, genau. Skoppel wird so... Grab it, grab it. Blubber gibt es nicht mehr? Nee, die Attacke Blubber gibt es nicht mehr. Aber es gibt Blubbstrahl. Aber ich glaube, selbst Blubbstrahl ist nicht mehr eine sehr... Ich glaube, vielleicht ist Blubbstrahl inzwischen auch schon nicht mehr... Ach, ich glaube, Blubbstrahl gibt es noch. Du warst Frubweiler? Ja, halt das mittlere von den dreien. Das, was wir hier gerade gefangen haben auch. Irgendwie ist immer nur die eine Stelle am Blubbern. Was? Das geht? Ich will keine Riesenperle. Ich bin rich. Knirre, Fisch, 35%. Knirre, Fisch, 35%. Komm, ich weiß nicht, wie gut mein Parasect schon trainiert ist. Ich glaube, EP-Teiler gibt auch die EVs rüber. Aber wir killen ganz viele Karpados, dann wird mein Parasect sau schnell. Aber ich glaube, mein Parasect hat schon volle EVs. Laut PokeWiki ist es seit Gen 8 raus, dann wäre das hier noch eine Option, um das Blubbern wieder herbeizubringen. Und wie sieht es mit Blubbstrahl aus? Echt? Blubber gab es bis Gen 8? Vielleicht verwechsel ich es dann mit Blubbstrahlen. Ist rechts eigentlich schneller? Ne. Ist es schneller, warte mal, ist es schneller in das Haus reinzugehen? Blubbstrahl ist immer noch dabei. Okay. Ich glaube, ich darf noch nicht rennen. Kann es sein, dass ich hier noch zu schnell renne? Hm. Geht es mit dem Wohnmobil nicht? Ich glaube, ich darf nicht. Knirr. 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 Gibt es überhaupt männliche Knirrs? Okay. Männliches Knirr. Sehr schönes Shiny. Habe ich ziemlich schnell gefunden, glaube ich, in Kamsin und Popo. War sehr einfach. Es hat vor allem nicht geleuchtet im Meer. Tadam. Machen wir dann jetzt Zen Long. Bei Zen Long gibt es auch Wulpix. Alola Wulpix. Vielleicht kann ich noch gar nicht ins Schneegebiet. Die Story hat mich null ins Schneegebiet überhaupt geführt. Okay, Knirrfisch. Hammer. Moruda wird auch vielleicht interessant. Zen Long machen wir jetzt. Kann es sein, dass ich da noch nicht hin kann? Mount Lanakila. Ich war doch einmal so kurz. Aber das war, glaube ich, eine Wüste und kein... kein Eisberg. Wir schauen mal. Hier steht Pokémon Liga. Wo kann es sein, dass das der Weg zur Liga ist und ich komme da noch nicht hin? Ich gucke mal. Ah ne, das ist... Hä? Das kann nicht die Pokémon Liga sein. Wulpix nur in Sonne. Ja, dann halt... Dingens. Sandan. Sandan halt dann. Genau. Sandan... Und... Ja, Zen Long halt. Mehr gibt es hier nicht. Und Necrozma. Anscheinend. Ja, ich habe da nämlich gar keinen... Punkt. Es war schon immer diese Stelle, wo ein Pokémon Center abgebildet ist, aber ich nicht hinfliegen kann. Fetter Stream, du bist echt hübsch. Ich call gerade im Höchsttempo. Oh! Okay, gib mir... Lass mich dir einen Countdown geben. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Ah, ich komme hier noch nicht hin. Sechs. Fünf. Okay, ich kann ihn nicht machen. Da komme ich erst hin. Es gibt so viele, die ich noch nicht machen kann. Okay, Zen Long und Ding kann ich noch nicht machen. Ähm... Kommandotan. Dann machen wir Moruda. Moruda... Ist... Hey, wo ist Moruda? Hier. Genau in dieser... Aber da ist es jetzt stockdunkel. Moruda Angelblubbernde Stelle. Auch 35% in dieser geilen Stadt. Aber da ist es jetzt stockdunkel. Macht nichts. Nicht mal in Ruhe abkassieren kann man mal. Happens, bist du gerade in der Arbeit? Ich will nicht glauben, dass du auf der Arbeit an der Kasse Zeit hast, diesen Streamer zu schauen. Du hörst mich so auf einem Ohr und ich lese einfach vor, wie sich einer so richtig schön geil von der Palme wedelt. Und du denkst dir, oh Moment. Wo finde ich denn hier überhaupt so geile... Keine Ahnung. Wasserstellen. Kann ich hier einfach... Ich kann hier auch nicht surfen. Ich kann mir ja vorstellen, dass die Wasserstellen erst wieder da sind, wenn man überhaupt was sieht. Also kann ich das ja auch nicht machen vielleicht. Es muss doch... Wasserstellen hier angezeigt werden. Auch wenn sie nicht blubbern. Die müssen angezeigt werden. Ich muss durch ein Haus durch. Um zu einer Wasserstelle zu kommen. Echt? Okay. Mal schauen. Hier war... Dieses Lokal, was viel zu viel kostet. Hallo Kühner. Fluffeluff ist heute, glaube ich... bisher erst einmal gestorben. Hier muss man hin, um zu angeln. Oha. Wenigstens kann man hier schnell rein und raus gehen. Aber der Ausblick ist jetzt leider ein bisschen kacke. Es ist sehr dunkel, aber für Zen Long durchstehen wir das. Äh... Moruda. Moruda 35% auch, wenn das Wasser blubbert. Also ein Witz. In Schwert und Schild ist Moruda 1%. Bei einer Angelstelle. Richtig knallhart. Falsch. Del... Ich weiß gar nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Del Mies. Ich glaube... Demais... ist das englische Wort. Del Mies. Del Mies. Moruda ist so ein geilerer Name. Es gibt ein paar geile englische Namen natürlich. Meistens finde ich sie aber nicht besser. Im Englischen ist zum Beispiel auch einiges geiler Ennihilate. Anstatt Epitaph. Epitaph ist aber auch ein geiler Name. Aber Ennihilate? So gut. Aber noch besser ist... Anstatt... Die Weiterentwicklung von Baldorfisch. Die ist auf Deutsch sowas von unbedeutend und kann sich kein Schwein merken. Mar... Myriadon oder sowas. So ein dummer Name. Aber auf Englisch heißt Baldorfisch einfach Quillfish. Und die Weiterentwicklung von Quillfish ist einfach Overquill. So ein guter Name. Der Englische Name von Gengar ist echt cool. Ginger oder? Uh. Du hast die letzten Tage nicht geschafft. Hä, du warst gestern da, Kühne. Warst du nicht gestern hier? Vorgestern warst du... Also die letzten zwei Streams habe ich Fluffelhoff überhaupt nicht im Team gehabt. Du musst nix nachschauen. Außer du willst natürlich, um Gottes Willen. Guck dir den Stream auf YouTube nach. Ähm... Die letzten beiden Streams hatte ich Fluffelhoff gar nicht im Team. Erst heute habe ich wieder Fluffelhoff ins Team, weil wir Pokémon fangen. Und heute ist es, glaube ich, erst einmal gestorben. Und seitdem war ich nicht im Pokémon Center. Hallo Sophie. Ja, Rolycoly ist auch ein geiler Name. Und Wishiwashi ist auch geil. Wishiwashi ist ein bisschen seltsam, wenn man das irgendwie im ernsthaften Kontext benutzen will. Zum Beispiel gab es letztens diese Poké-Earth-Doku, wo so ein Fan quasi so diese Tier-Dokus nachstellt von Pokémon. Und da gab es jetzt eine Neufolge mit Vylord. Und da sieht man halt, wie Vylord Wishiwashi ist. Und dieser ernsthafte Dokusprecher, Synchronsprecher da so drüber, sagt jedes Mal Wishiwashi. Und das klingt so dumm. Wishiwashi klingt einfach nicht sehr seriös. Aber das ist das Geile. Da finde ich ehrlich gesagt Loser-Din besser. Wishiwashi klingt zwar lustig, aber Loser-Din beschreibt perfekt, was es ist. Wobei Wishiwashi schreibt auch perfekt, was es ist, weil man sagt ja, ah, that's just Wishiwashi. So, von wegen ist egal. Wishiwashi, passt schon. Deswegen eigentlich ist der Name da auch sehr gut. Aber Loser-Din? Es ist nur komisch, dass Loser-Din und Zappler-Din beide existieren und komplett verschiedene Tiere sind. Also, dass sie zweimal auf den Namen Sardin sich gestürzt haben, ist vielleicht ein bisschen unperfekt. Aber es passt zu beiden sehr gut. Ja, ja, das war ein geiler Zufall, dass ich ein Vylord-Video mache und dann diese Poke-Earth-Doku-Reihe auch ein Vylord-Video macht. Das war nicht abgesprochen. Die, 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 die Sparren-Version von Loser-Din bekommst du nicht auf Home. Nee, nee, das ist ja kein eigenes Pokémon. Aber es kann sein, dass es, wahrscheinlich hat es eine eigene Pokédex-Eintrag. Das hat es wahrscheinlich schon. Nee, nee, es gibt nur einen Loser-Din. Man sieht ja gefühlt gar nichts, was passiert. Ich habe die Story weitergespielt und wir sind jetzt bei dem Punkt, wo Necrozma das Licht geklaut hat. Das heißt, alles ist unfassbar dunkel. Ist ein bisschen schade, aber es ist auch nur auf der Insel so. Wir gehen gleich wieder auf eine andere Insel. Und ich habe noch nicht die Muse gefunden, Necrozma zu besiegen, weil es ist ein sehr unfairer, schwerer Kampf. Und da ist es. Männchen! 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 Gar nichts! Maruda ist ein Neutralitum? Wusste ich nicht. Aber ich... Ja, das passt schon. Ein Anker muss nicht unbedingt Geschlecht haben. Aber... Geile Sign... Geile Signature-Attacke. Geil. Maruda ist... Pflanze. Oh Gott, mein Parasect geht jetzt drauf. Keine Wirkung auf Maruda. Ach stimmt, ist das ein Pflanzegeist? Sollte es nicht Wassergeist sein? Aber Pilzspor hat nicht geklappt. Ja, es ist Pflanzegeist? Wie geil. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte es ist Wassergeist. Mega gut. Ähm... Dann habe ich jetzt aber das Problem, dass ich... Naja... Kann ich ja nur Pokébälle draufschmeißen. Überlebst du einen Gigasauger? Du musst einen Gigasauger überleben. Ich sehe schneller. Ich bin schneller. Maruda sieht nicht sehr schnell aus. Das Shiny von Maruda ist wunderschön. Ich habe das erst letztens bekommen. Hallo, Lady. Wie stehen wir das jetzt hier durch, ohne drauf zu gehen? Ähm... Kann das Wasser attacken? Ja, es kann... Na egal. Ich kann nichts anderes machen. Ich meine, ich könnte jetzt probieren, Erdbeben zu machen. Das könnte es überleben. Aber ich traue mich nicht, weil ich bin sehr... Ich bin 15 Level stärker. Ich schmeiße jetzt einfach Pokébälle. Mir bleibt nichts anderes übrig. Anscheinend kann es keine Pflanzenattacke. Sonst hätte es das jetzt gerade gemacht. Nicht so schön wie ein Shiny Mega Gengar. Shiny Mega Gengar ist einfach nur weiß. Es sieht gut aus, aber es ist trotzdem einfach nur weiß. Maruda hat mehrere verschiedene Farben, die zueinander perfekt abgestimmt sind und ein wunderschönes Shiny ergeben. Und du kommst mit Gengar ist weiß. Ist ja gut. We get it. Du likest Gengar. Du magst Gengar. Du likest Gengar. Eieiei. Soll ich mal nachschauen, was Maruda für eine Catchrate hat? Die kann nicht besonders sein. Bei Catchrate muss ich immer sofort an Tanhell denken. Und bei Tanhell muss ich dran denken, habt ihr gesehen, habt ihr zufällig heute Pokémon GO aufgemacht? Ich habe heute ein Tanhell Dünar Raid gehabt. Dachte mir, gehe ich da mal rein? Gar kein Problem. Dieses Tanhell hat alles von mir fertig gemacht. Und ich habe dem Tanhell vielleicht ein zwanzigstel Leben abgezogen. Delmais. Also schwuppdiwupp auf einmal haben wir richtige Dünar Raids im GO. Die man nicht mal eben einfach so machen kann. Acht Prozent. Der Mais. Acht Prozent. Level 44. Bleibt das gleiche. Ja, sieben Komma. Sieben Komma sieben Prozent. Also bitte, Pokéball. Kriegste hin. Armfall. Kyna, du bist ein ... Psi ... Psi ... Pio and Ragi. Aber es kann Whirlpool. Es macht Spuk, bevor es Whirlpool macht. Gegen Pampross. Ein Wiggle, zwei Wiggle, der dritte Wiggle und klick! Nice. Da ist es Moruda, eins der besten Gen-7-Mons. Ich habe es nicht mal mit Dyna-Glurak geschafft. Ich dachte mir dann, okay, das heißt, ich muss meinen Glumander zu Dyna-Glurak machen. Aber ich warte noch, bis ich ein besseres Dyna-Glumander finde. Ich will ein viel perfekteres, als ich jetzt habe. Und dann level ich das voll hoch und sowas. Und dann dachte ich es doch locker, Tannhell zu schaffen. Nein? Braucht man drei Dyna-Gluraks? Okay, ich hätte da wahrscheinlich fliegen können. Was machen wir jetzt? Zenlong können wir nicht machen, Tornado können wir nicht machen, Metheno machen wir später, Kolossant kann ich probieren. Kommandotan machen wir, wenn es dunkel ist. Brüten muss ich eh. Später kann ich auch brüten. Velursi können wir jetzt machen. Velursi finden wir auf Route 8. Route Route 8. Gen 7 muss man so weit scrollen nach unten. Route 8, 10% Großgras. Okay. Da gibt es auch Mangunio. Ich brauche immer noch ein kleines Mangunio. Man... nicht Mongunio. Mangunio. Warum sind hier zwei verschiedene Mollungs aufgelistet? Hier sind zwei verschiedene Mollungs aufgelistet auf der Route. Ein Mollung erscheint nur mittags, also tagsüber. Das andere Mollung erscheint nur nachts. Und nur nachts ruft es Velursi. Warum? Was ist da der Witz dahinter? Warum ruft Mollung nur nachts Velursi? Tagsüber ruft es nur Mollungs. Wenn Velursi tagsüber auch ganz normal erscheint. Komisch. Ist da der Sinn dahinter? Okay. Sonst gibt es da nix. Ich brauche nur Velursi und vielleicht ein Mangunio. Das war's Gastella schon. Nein. Ich sollte mir wahrscheinlich ein Trombog mit reicher Ernte machen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich dieses Trombog mit reicher Ernte mal eben mir mache. Gibt es Trombogs hier zu fangen? Oder brauche ich ein Paragoni, das ich entwickeln muss? Okay. Hier überall Velursi. Hier war ich doch. Aber hier war ich... Hier war ich doch mal voll lange. Da kam nie ein Velursi. Okay, Velursi. Ich glaube, mich hat das Tunnel auch platt gemacht. Klasse, oder? Aber ich finde es ganz cool, dass man jetzt schon spürt, dass bei diesen Düner-Sachen wirklich was dahinter steckt. Ich meine, stellt euch vor, dann ist so ein Düner-Raid aber mit einem Metagross, beziehungsweise dann irgendwann mit einem Giga-Glurak. Und nur so kriegst du wahrscheinlich Giga-Gluraks, indem du ein Giga-Glurak-Düner-Raid schaffst. Also wie schwer wird die Düner-Glurak? Giga-Glurak, wenn selbst ein Tannhel dich fertig macht. Würde es einfach mal nur mit Zitterop versuchen. Gastella. Aber ich will ja irgendwann eh so diese SOS-Sachen machen. Vor allem für Brutalanda. Und spätestens dann brauche ich es. Also warum nicht jetzt schon vorbereiten dafür, wenn es bei Gastella auch hilfreich ist. Im Dorf der Capo kann man sich ein Paragoni tauschen, was sich dann entwickelt. Oh. Warte. Ich guck mal, was man dafür braucht. Dorf der Capo. Dorf der Capo. Tromborg. Getragen von dem getauschten Tromborg. Botanium. Ah. In Usum, ja. In normalen kriegt man Geowatz. Ist eigentlich krass, dass man das Geowatz nicht bekommt. Aber in Sonn und Mond schon. Hm. Aber da steht nicht, was man hergeben muss. Hier. Paragoni tauscht gegen Paragoni. Man muss ein Paragoni hergeben. Okay. Da steht nicht, was es für eine Fähigkeit hat. Wie sieht es denn eigentlich aus bei Tromborg? Innere Kraft, Schnüffler, reiche Ernte. Achso, das ist die versteckte Fähigkeit. Das hat sicher nicht die versteckte Fähigkeit. Das hat keine reiche Ernte. Nee. Das wäre zu einfach. Wahrscheinlich muss ich SOS Paragoni machen. Oh ja, das klingt dann schon ein bisschen schwieriger. Ich wusste nicht, dass reiche Ernte die versteckte Fähigkeit ist. Das wird dann nicht so einfach. Welo, sie schreit es ungefähr so. Mäh. Also suchen einen. Mäh. Aber zuerst muss Fluffelhoff wieder dran glauben. Komm, wir kriegen Fluffelhoff irgendwie noch auf Level 20. Aber nicht heute. Selbst ein Pflücker bringt es um. Warte mal, dieses Roturm ist schon wieder so traurig, weil seine Augen glühen. Das hieß doch irgendwas. Grün. KP Bon. Das brauche ich. Männchen bitte. Bitte. Weipちin. Da ist es! Männchen, 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 was? Was? Fifty, Fifty. Ah, hm, oh mein Gott, oh mein Gott. Hora, sonst sind Immun gegen Zitter-Obs, really? Was? Wer sagt das denn? Was erlauben Pummeluf? Du stehst gerade an einem und du hast Zitter-Obs eingesetzt. Zitter-Obs ist wirkungslos. Hast du schon einen eingesetzt? Du kannst immer nur einen pro Kampf einsetzen, ne? Wenn du schon mal einen eingesetzt hast, du musst nur einen einsetzen. Hast du zufällig aus Versehen schon einen geworfen und hast es nicht gecheckt? Ah, Zitter-Obs einmal am Kampf und er gilt für den ganzen Kampf für immer. Also für das Pokémon. Sagt doch nicht wirkungslos. Er ist das Velosi. Mit der Etikette am Arsch. Ich hab bei der Suche nach Velosi für meinen Origin-Decks ein Shiny Velosi bei Full-Obs gefunden. Schaff ich jetzt auch. Ich bräuchte tatsächlich Shiny Velosi noch, weil ich meine, zwei sind aus Pokémon Go. Und Velosi hat was Besseres verdient. Als ein G. Da war der Crit. Das muss drin sein. Jawoll. Nummer eins. Wie entwickelt sich Velosi? Ich glaube richtig spät, oder? Irgendwie so 38. Okay, das ging schön schnell. Noch eins bitte. Ja, das ist ein super schönes Shiny mit dem Gelb anstatt Pink. Es wird schon dunkel. Wir können gleich Bubungus holen. Bubungus. Sehr gut, dich brauche ich. Männlich. Schniedel. Schniedel. Wer auch immer damals gesagt hat, hey, da ist Parasack, das solltest du fangen. Du carriest den ganzen Stream. Dieses Parasack ist so angenehm. Es ist nur ein bisschen zu langsam. Bubungus hast du schnell gebrütet. Aber warum? Ich kann's doch auch... Ich hab ja gar nix. Ich kann's ja nicht mal brüten. Bubungus. Lame-Lux. Wundervoll. Die Blütenmeere muss ich noch abgehen. Aber jetzt noch ein Velosi. Ach, du hast Lame-Lux im Durchspiel-Team. Ja, das, glaube ich, ist ein sehr langsameres Mund. Jedes Mal, wenn ich die Augen zumache, stelle ich mir vor, wie ich Mewtwo einfach raushole. Kein Lame ist Parasack. Ich liebe Parasack für das, was es tut. Für das, was es ist. Wenn ich die Augen zumache... Höre ich Velosi? Oh, ich höre dann... Ein Mewtwo. Das könnte echt sein, als ob ich ein Mewtwo rausschmeiße. Da ist es schon... 10... Das meine ich vorhin. 20% Choreogl kam nach 25 Encountern nicht. 10% Velosi kommt sofort. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es ist so süß wie das Schlepp. Glaubt ihr, man kann... Glaubt ihr, der Sticker an seinem Arsch ist tatsächlich Fleisch? Oder... Kann ich, wenn ich ein Velosi fange, das Etikett einfach abreißen? Quasi ist... Wenn ich das Etikett von einem Velosi abreiße, ist es ein Zeichen, dass es einen Besitzer hat? Nur wilde Velosi haben ein Etikett. Oder andersrum. Das Etikett ist vom Besitzer. Ich komme dann mit so einem krassen... So einer Nagelpistole. Tada! Ist schon dunkel? Ne, gehen wir noch zu einem anderen Blumenmeer. So, wo war das rote Blumenmeer? Ich glaube... Hier... Hier? Ne. Wo war das andere Blumenmeer? In der Wüste? In der Wüste war ich aber auch noch nicht. Wo ist denn... Das muss man doch sehen von oben. Das war so rot. Ah, hier, 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 hier. Aber ich guck. Ich guck. Horeogel. Ich sag... Ich sag 20% und es kommt wieder nicht. Horeogel. Das rote ist... Ula Ula Blumenmeer. Hier. Und das ist 20% aber auch nachts. Gut. Was ist hier noch? Bundle Bee brauchen wir nicht. Fluette, rot. Ne. Okay. Okay. Horeogel. Lidian. Trotz verwendetem Zitter ob Bill Corazon keine Verstärkung mehr rufen. Ist es auch im roten Bereich? Lidian. Bliplup. Bliplup. Ähm, ja nun. Du weißt, Pokémon rufen nur Verstärkung, wenn sie kurz vorm Verrecken sind. Ja, sie versuchen es auch manchmal so, aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es wirklich nur, wenn sie am Arsch sind. Der B-Rox. Null informiert. Nicht bei der Leos-Mein-Schule aufgepasst. Also nicht, dass ich das groß wusste, aber das haben wir hier die ganze Zeit. Wurde mir das gesagt, alles so. Du weißt schon, dass es nur einmal kommt. Du weißt schon, dass du den Zitter auch brauchst. Du weißt schon, dass... es tot sein muss. Aber hier ist es. Ein weibliches. Aber ich habe gehört, das Rote kann nur weiblich sein. Das ist sogar 25% nur männlich. Dann hatte ich vorhin voll Glück mit dem gelben. Aber es ist irrelevant. Moment. Ja doch, ja. Andersrum wäre es... Wie war das? 67%. 67%. Das heißt, wenn ich ein Weibchen bräuchte, ist es Quatsch, Schambolzen zu benutzen, weil es ist 75. Es wird weniger. Aber da männlich 25% ist, wollen wir es hoch auf 67%. Okay. Ja, schade. Es ist genauso unwahrscheinlich. Oh, was ist passiert? Stimmt nicht. Kannst nicht einfach sagen, stimmt nicht. Was stimmt nicht? Ich weiß, was du sagen willst. Aber du merkst doch, dass ich Spaß mache, Mensch. Autsch. Hallo, Marco. Bitte noch eins. Das kam jetzt schön schnell, ja. Aber das darf man nicht vergessen. Wenn... Welches Pokémon taucht denn eher männlich auf als weiblich? Starter. Egal. Wenn Männchen zu 88% oder 75% auftauchen und man will ein Männchen, dann sollte man kein Schambolzen verwenden, weil man seine Chance dann verringert. Weil es ist nicht das Höchste, was geht. Es wird immer auf 67% gesetzt mit Schambolzen. Habe ich nicht Bundlebee sogar... Ich habe zwei Wommel gefangen. Komm, dann lass mich kurz das hier fangen. Dann bräuchte ich das nicht entwickeln. Hallo, Robbensohn, Krüso. Ob Schambolzen auch bei den SOS gehört? Das haben wir uns schon gefragt, ne? Ist die Chance erhöht von dem Geschlecht, dass die Quereinsteiger rufen? Ich glaube nicht. Vor allem, weil ich ja schon echt oft Weibchen gerufen gekriegt habe. Und sie werden ja gerufen von dem Pokémon und nicht von mir. Also ich glaube, das zählt nicht. Weil das... Moment, das steht, glaube ich, bei Schambolzen. Stand da nicht immer... Ich habe da nie weitergelesen, weil es mich nie interessiert hat. Ist wieder ein Crit-Catch. Ist es hier vielleicht auch so, dass, wenn man das Pokémon schon hat, Crit-Catch erhöht ist? Äh, Schambolzen. Außerhalb des Kampfes. In einem Quereinsteiger-Kampf muss das Pokémon mit Schambolzen das kämpfende Pokémon sein, damit sich Schambolzen auf das zu Hilfe gerufene Pokémon auswirkt. Des Weiteren wird nicht das jeweils andere Geschlecht des Schambolzen-Pokémon auf das helfende Pokémon übertragen, sondern das Pokémon, das außerhalb des Kampfes an der Spitze des Teams steht. Was? Selbst wenn dieses kein Schambolzen als Fähigkeit hat. Watt, 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 watt. Also man muss auf jeden Fall das Pokémon... Das ist fast logisch irgendwie. Das Pokémon, das... Also wenn du willst, das Schambolzen bei Quereinsteigern wirkt, muss in meinem Fall Fluffeluff im Kampf sein. Mein Pokémon auf meiner Seite muss Fluffeluff mit Schambolzen sein, damit das Quereinsteiger-Mon... Das heißt, es muss dann wirklich ein Pixie sein, damit es nicht drauf geht. Aber was des Weiteren wird nicht das jeweils andere Geschlecht Schambolzen-Pokémon auf das helfende Pokémon übertragen. Des Weiteren wird nicht das jeweils andere Geschlecht des Schambolzen-Pokémon auf das helfende Pokémon übertragen. Okay, warum? Sondern das Pokémon, das außerhalb des Kampfes an der Spitze des Teams steht. Selbst wenn dieses kein Schambolzen als Fähigkeit hat. Boah, okay, okay, krass. Das muss doch ein Fehler sein. Das ist seltsam. Okay. Also bei Quereinsteigern ist es egal. Quereinsteig... äh, Schambolzen wirkt. Egal, wo das Schambolzen-Pokémon steht. Es muss aber gerade im Kampf sein. Aber die Auswirkung ist die von dem, das an der ersten Stelle ist. Also habe ich ein Pixie mit Schambolzen im Kampf, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Geschlecht, das ich will, erscheint. Aber es wird das gegenteilige Schlecht sein von dem Pokémon, das an erster Stelle steht. Also wenn mein Pixie weiblich nicht an erster Stelle steht, sondern ein... sondern ein... sondern ein Tromborg männlich, erscheint zu 67% ein weiblicher Quereinsteiger. Warum haben die das so gemacht? Warum? Das muss doch ein Fehler sein. Das muss doch irgendwas sein, was die nicht bedacht haben. Aber krass. Krass, das ist interessant. Das muss ich mir aufschreiben. Quereinsteiger Gen 7. Besonders. Schambolzen. Das wird bei dem... Das könnte bei dem Brutalander, was ich ja suche, interessant sein. Ich meine, ich muss nicht unbedingt ein männliches Brutalander finden, weil mir geht es um das Brutalander, nicht um den Origindex. Aber es wäre ja schön, direkt ein weibliches, ein männliches Brutalander zu kriegen. Aber dann funktioniert das mit reicher Ernte nicht mehr. Weil in dem Moment, wo der Querensteiger gerufen wird, muss das Pixie im Kampf sein. Männliches Choreogel. Let's go. Let's go. Das heißt, entweder macht man mit reicher Ernte oder mit Schambolzen. Oder man wechselt dauernd hin und her. Das ist ja auch stressig. Aber das ist ja crazy. Zeichne das bitte einmal in Paint auf. Ich habe das nicht verstanden. Das ist zu kompliziert. Das kann man nicht mal in Paint wiedergeben. Ich habe, by the way, Brutalander gesucht, um zu gucken, welches Level es hat. Ich habe drei gefunden und alle hatten Level 9. Du hast dreimal Brutalander gesucht? Wie lange hat das gedauert? Ich glaube dir das mit Level 9. Weil ich glaube, die Regel ist einfach, dass das Pokémon, dass das Pokémon ruft, dass es die Level Range, die das Pokémon hat, dass das Pokémon ruft. ist auch die Level Range, die das Pokémon bekommt. Und da Kindwurm Level 9 bis Level 12 haben kann, glaube ich, kann das Brutalander Level 9 bis Level 12 haben. Aber ich glaube nicht, dass es Level 9 haben muss, weil ich schon Screenshots gesehen habe von Brutalander mit Level 10. Also dreimal hintereinander Level 9. Brutalander ist ein bisschen ein bisschen komisch. Also so, glaube ich, funktioniert das. Okay, wie finde ich am schnellsten noch ein noch ein Klopto, nicht Klopto, muss, muss, ein, ein, in der, egal, es ist schon dunkel, dann können wir Bubungus machen. Bubungus und die, die, Koloss, Kolossant, wo waren die nochmal? In irgendeinem Strand? Kolossant, kann man Kolossant direkt fangen? Nein. Sankabu ist auf Hanohanohanohand, aber nur in Ultramond. Ah ne, Ultramond sind sie zusätzlich noch auf Route 15. Sind sie da besser zu finden? Warum? Okay. Route 15, Sankabu, dieses Pokémon ruft keine Quernsteiger. Einmal. Das wirkt mir wie ein, ich kann mir vorstellen, dass es das, das Sankabu ist, was ich schon habe, das einmal in der Story kam. Das war doch dieser eine, diese keine Mini-Quest da, doch dann habe ich genau das. Okay, und das passiert nur in Ultramond. Wahrscheinlich in Ultrasonne ist es ein anderer Quest. Also Hanohanohand, Sankabu, aufgewirbelter Sand, okay, 30%. Oder Sterndu. Warum sollte Sterndu in einem aufgewirbelten Sand drin sein? Sterndu ist doch viel zu schön, um sich im Sand zu verbuddeln. Hanohanohand und der ist da unten. Okay. Hier, wo ich noch nicht war, komme ich da überhaupt hin? Warum war ich da noch nicht? Hallo Tigriser. Endlich habe ich shiny Schwalboss wieder gefunden in den Ultrapforten und bei zweiten, bei zweiten Reste wurde es männlich. Beim zweiten Reset wurde es männlich. jetzt kann es Mihawk jetzt kann ich es Mihawk nennen. Sehr gut. Das ist dort, wo du den versteckten Sticker unter dem Sankabu geholt hast. Macht man das deswegen mit dem Sankabu? Das ist immer noch Zwielicht. Wo sind die Wolken? Hier ist noch eins. Ich spiel mal kurz. Okay, das ist jetzt noch wieder so ein Pokémon, das mit dem du die ganze Zeit denkst. hier. Bitte sein Sankabu. Und unter dem ist ein Sticker. Da, wo ich gerade bin. Ne, bei der Quest. Das habe ich vergessen, dass da ein Sticker war. Das geschlechtlose Stern, du. Der Zauberscheintroll aus Gen 6. sag mal, also bitte. Du musst auf Tauros reiten, damit dir Sankabu nachläuft. Oder Stern, du. warum sollst du mir nachlaufen? Geht doch so auch. Oder meinst du, das, was da steht, läuft mir nach? Lügen. Lügen. Das, was dort steht. Es hat sich tatsächlich ein bisschen bewegt. Okay, das ist süß. Warum tut es das? Ja, 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 ja. Das ist echt lustig. Oh mein Gott, das ist zu nah. Das ist süß. Sagt die einem das? Wie sollen wir denn da drauf kommen? Nö. Wie sollen wir denn darauf kommen? Das ist ja großartig. Wie kriege ich jetzt die Wirbel wieder? Oh Gott, wie komme ich? Wie, 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 gibt es da ein Haus? Da ist ein Weg. Da ist ein weiter Weg. Ich will das nicht zu oft machen. Ich würde davor speichern und resetten. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sankabu kommt, ist sehr hoch. Ich glaube, es dauert zu lange, das Spiel neu zu starten. Es dauert doch viel länger, als kurz rein und raus zu rennen. Aus dem Mann macht das. Und das. Und das. Und das. Morgen ist TwitchCon. Na, jemand in San Diego, Amerika auf der TwitchCon? Ich wäre gern da. Aber das ist so weit weg. Ist ein bisschen komisch, dass es nur diese zwei Stellen gibt, wo San Cabo auftauchen kann. Jetzt noch schnell Tickets buchen und Flug? Geht bestimmt. Ticket gibt's noch. Wenn man auf Twitch geht, steht unten Jetzt TwitchCon Tickets kaufen. Schnell, bitte. Es ist nicht ausverkauft. Wir müssen mehr Geld verdienen. Ich schau mir die Reise von NMP an. Hab ich auch. Gestern war ein bisschen creepy. Ich musste ausmachen, weil NMP saß da. Auch der ganze Chat ist abgegangen. NMP saß da und hat auf einmal so einen Schlafblick bekommen. Vielleicht hat er es gespielt. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber er saß so da und sein Blick wurde auf einmal so und dann hat er es so gemacht. Und man hat so gesehen, dass er gerade einen Sekundenschlaf hatte irgendwie mit offenen Augen. Und der ganze Chat so Oh mein Gott, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Aber jetzt komplett ignoriert. Und er musste sich ausmachen, weil ich Angst hatte, dass sie sterben. Aber ich glaube... Ah, sie haben es geschafft. Ich glaube, das konnte man nicht spielen. Das war zu gut gespielt. Das sah so echt aus. Oh mein Gott, sein eines Auge oder seine zwei Augenkinnen sind zugegangen. Zankabu sieht so um einiges gruseliger aus. Ich kann gar keinen Druckschlag machen. Das Ding ist ein Geist. Du hast Gastseller gefunden. Hat ja doch ein bisschen gedauert. Nein! Okay, was dann? Wir können noch zwei Choreogos machen. Wir können noch Metheno machen. Was ein Aufwand ist. Aber dafür brauchen wir noch ein... Ein, 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 ein... Wasser... Vierchen... Nassmacher? Nee. Ah ja, und wenn es jetzt dunkel ist, müssen wir zu Bubungus. Bubungus und... Kommandutan. Dann haben wir es eigentlich. Den Rest kann ich erst nach dem Spiel machen. Ich kann dann noch brüten. Ein Froberl und ein Kleinstein. Ach, ich habe die ganzen Alola-Sachen vergessen. Sandan können wir noch nicht machen. Wullpix können wir noch nicht machen. Reitschuh. Könnten wir machen. Kleinstein muss man brüten. Ich habe zwei hier. Slimer. Kokowai habe ich. Schau mal. Slimer weiß ich gar nicht, wo das ist. Okay, das war Zankabu. Das ist jetzt dunkel. Immer noch nicht. Dann, wo gibt es noch... Kann ich zu allen Meeren, Blumenmeeren hin? Hat die erste Insel noch ein Blumenmeer, was ich noch nicht gefunden habe? Was habe ich mit dem kompletten rechten Teil von dieser Insel? Was ist hier? Ein beschwerlicher Pfad. Beschwerlicher Pfad. Das klingt so nach... Ebene von Pony. Achso, das ist die letzte. Da gehen wir aber noch nicht hin. Hier ist Nummer eins. Ich war im Meer von Meli Meli, war ich noch gar nicht. Gibt es ein Meer auf der allerersten Karte? Ein Blumenmeer ist im Endgame. Verdammt. Aber das heißt, eins kann ich noch machen. Ich habe Rot und Gelb. Ich schätze mal, blau ist im Endgame, oder? Oder ist Hula Hoop Hula Hula im Endgame? Was auf dieser Insel hier? Kali Bucht. Unter dem Haus vom Professor ist das Meer. Ein Blumenmeer. In den Vulkan. Haus vom Professor ist doch... Ist nicht sogar am Strand. Ich sehe eins. Normales Meer. Ach ja, danke. Ich dachte, du meinst Wassermeer. Es gibt viele Meere. Ich glaube, ich brauche nicht mehr suchen. Dann gucke ich. Blau. Bujo? Ist das Bujo? Furpruner Nektar. Pony Blumenmeer. Da komme ich noch nicht hin. Hula Stil. Küstenareal. Route 6. Da kann ich hin. Route 6. Was? Wo war da denn Meer? Wo war da denn ein Blumenmeer? Choreogl Hula Stil. Okay. Route 6. Das hätte ich nie gefunden. Route 6. Das ist da. Ach, das ist dieser kleine, dünne Pfad. Hier ist es. Links neben Dom Royal. Aber das ist gar kein Blumenmeer. Hier. 20%. Wie gütig wird das sein? Hier oder was? Aber das ist noch nicht mal eine andere Farbe. Beim Mount Lanakila ist beim Eingang ein Grasbüschel mit Sandern. Okay. Kann ich gleich mal gucken. Ich habe Sandern selber noch nicht gesucht. Ich dachte, ich muss einfach warten, bis ich im Eisgebiet bin. Schade, dass es kein eigenes Meer hat. Es ist so lustig. Mir ist dort noch nie eins gekommen, wo du gekommen bist. Der Rare Encounter dort ist Eboli. Okay. Aber Das ist Route 6. Der unterscheidet hier nicht. Choreogl, hohes Gras, südlicher Teil. Du hast recht. Südlicher Teil. Südlicher Teil. Evoli ist Rare Spawn von 5%. Choreogl ist sowieso 20%. Choreogl soll gar kein Rare Spawn sein. Ja, ja, im Süden, im Süden, im Süden. Wo auch immer die Linie ist für Süden. Aber ich schätze mal dann hier. Eigentlich könntest du jedes Mal SOS machen, wenn das falsche Geschlecht kommt. Ja, aber deswegen habe ich ja das coole Fluffalo. Oh ja. Wenn es super selten ist, man trifft nicht die 76%, 67%. Dann ist Zetorob vielleicht nicer. Bringt das hier überhaupt was? Nö. Es ist einfach nur, um diese eine Frau aus dem Weg zu gehen. Beim Pichu für Raichu vielleicht. Da ist es schon. Männchen. 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 Yes. Du meinst Pichu ruft Raichu? Ich dachte, das ruft nur Pikachus. Jetzt gar nicht in der Liste. Hier, Rute 1. Rute 1. Pichu. Ruft Pichu, Pikachu und Vonera. Pichu, Pikachu, Vonera. Naja, also du meinst allein, wenn ich das Pichu finde, was nur 5% ist. Aber 5% hört sich eigentlich echt nicht viel an. Das sollte doch eigentlich echt nicht so ein Problem sein, Pichu zu finden. Ist es nicht süß? Hallo, 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 hallo. Ein KP übrig, am Schlafen, komplett am Ende. Immer noch in der Hula-Hula-Pose. Man bricht auch noch aus. Krass. Okay, aber es ist immer noch nicht dunkel. Geht zwielicht echt eine Stunde lang? Bei mir ist schon 17 Uhr. Achso, nee. Ist noch 45 Minuten lang ist Sonnenuntergang? Ist ja noch ewig. Was können wir denn da noch machen? Wir können auch Methanus jetzt machen. Wir können... Wir können... Schauen, ob ich einen Krabbox finde irgendwo. Kann ich einfach zu einem Baum hingehen, der nah bei einem Exit ist? Und dann rein und raus gehen, bis der Baum schüttelt. Bis die Früchte wackeln. Und ja, ich könnte brüten. Achso, das Sandan wollten wir gucken. Okay. Sandan. Arpecho könnte ich auch machen dann. Sandan. Alola Sandan ist... Dorf der Kapu und Mount Lanakila. Aber Dorf der Kapu ist eben auch. Sandan, Alola Form. 10% im hohen Gras. Okay. 10% Zwei Stück brauche ich. Gleich ein Eisstein. Dorf der Kapu, hohes Gras. Okay. Falsch. Egal, wenn Glurak einfach so das Taus aufheben würde. Dorf der Kapu war... Hier? Wo ist es da auf der Kapu? Hier? Da? Hier. Das heißt, es ist vor dem, wo das ganze Winterlandschaft ist. Also hier. Ernsthaft? Es wirkt nicht so, als sollte es hier Sandans geben. Die schmelzen doch. Okay, aber es gibt auch Schnäppke. Okay, dann passt's. Es gibt sogar Absol. Ja, okay. Ich muss beim Mount Lanakila reingehen. Das steht so nicht hier. Hier steht Pokémon auf im Dorf der Kapu, wo ich bin. Gibt's Schnäppke, 20%. Sandan, 10%. Kalipper, 30%. Aber ja, klar, in dem... Wenn ich da hochgehe, da ist aber kein Gras. Ich kann auch mal in Richtung da hochgehen. Aber Pokéwiki sagt nicht, das wird nicht unterschieden. Auch vorm Aufzug. Okay. Doch, da ist Gras. Aber hier sollte es auch kommen. Also Schnäppke macht hier genauso wenig Sinn. Und es ist trotzdem gekommen. Also ich glaube, es kommt hier auch. Aber ich kann auch zum Aufzug gehen. Okay. 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 Schnäppke ist da bei Mount Lanakila zu 30%. Ja, innen drin auf jeden Fall. Aber innen drin komme ich noch nicht rein. Ah doch, das zählt. Das zählt als Mount schon. Ich bin vorhin so hier, aber ich komme nicht weiter. Die Stelle zählt schon? Ja, dann ist es hier natürlich. Ich dachte, hier ist immer noch ein Dorf. Okay, 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 okay. Moment, dann finde ich ja hier auch Senlong. In dem kleinen Ding finde ich einen mächtigen Drachen. Sehr gut. Haben wir doch gesagt. So, schwach. Ja, okay, Stahl. Wird schon gehen. Senlong. 10%. Okay, dann bleiben wir jetzt hier, bis wahrscheinlich die Sonne untergeht. Vielleicht finden wir auch ein Absol. Nummer 1. Ach, Senlong ist in der Höhle. Stimmt, das steht. Stimmt, das steht Höhle. Ja, hier steht Höhle. Okay, dann noch ein Sondern. Hier gibt es Wetter Encounter for me und Gelatini. Ihhh, ein Eis, das einen umbringt. Gelatini. Gelatropo. Gelatino. Und ein Männchen. Gibt mir Sondern. Tschüss. Es muss Hagel und SOS gerufen werden. Ja, für Vomeo, ja. Und Gelatini. Ey. Wunderschön. Tschüss. Tschüss. Gelatini war richtig ranz. Warum wolltest du das? Weil du einen vollen Deck willst? Achso, für Schillerpin musstest du dir holen. Wie viele Pokémon gibt es für Schillerpin? Sind es wirklich alle? Dann sind es noch über 400. Hallo Kaste. Bist auch Shiny Hunter. Sehr, sehr gut. Hallo. Again. Hallo. Es gibt genau 400. Ja, wenn ich hier einen Pandir will, dann macht das auch Sinn, oder? Beziehungsweise, wie war das nochmal? Gilt Schillerpin für Venikro und Typ 0? Ja. Nein. Vielleicht mache ich es dann doch nicht. Und für Pikachu Cap auch nicht. Du hast gerade Shiny Duo Dino gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Bei SOS macht es nicht viel aus. Also, brauche ich nicht unbedingt ein Schillerpin. Wenn ich sowieso Cap Pikachu, Typ 0 und Venikro machen will, wo Schillerpin nicht zählt, und Pandir mache ich mit SOS, dann ist es halt drei Rolls schlechter. Dann ist es ja echt okay. Das ist aber hässlich. Duo Dino ist hässlich. Vielleicht denkt das Duo Dino das auch von dir. Das Arme. Das ist dann sogar doppel hässlich, weil es zwei Köpfe hat. Äh, was will ich? Pilzspore. Ich muss doch einen Eichstein haben, oder? Wobei, wahrscheinlich findet man einen Eichstein erst auf dem Berg. Ich habe einen. Hast du aufgepasst? Du willst sagen, ich habe das nicht mitgekriegt. Deswegen Ultrapforten gemacht. Ultrapforten. Ich glaube, wenn ich Legis Shiny Hunter, dann machen wir das in Schwert und Schild gemeinsam. Warum, warum, Moment mal, wenn mein, ich wusste es noch gar nicht, ich habe Sporenwirt. Das heißt, wenn ich nicht schnell genug meine Pilzspore mache, wird der Gegner paralysiert. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, aber das habe ich noch gar nicht realisiert. Wo ist Slimer? Wo ist Slimer? Slimer. Na, Stadt wahrscheinlich. Pokémon Bank? Was? Hier steht Pokémon Bank. Achso, falsche Slimer. Trainer Schule. In dem Gras da? So früh kann man das haben und ich habe es mir nicht geholt. Mautzi Slimer, ja. 10%. Zorua? 30% Zorua? 30%? Man kann sich so einfach einen Zorua holen? Ey, in meiner Generation Gen 5, da war das noch besonders. Da war das noch ein Eventmon. Und jetzt findet man das zu 30%. 30% ist ein bisschen krass für so ein mieses, hartes Pokémon, oder? Deiner Schule ist hier, oder? Hier war die doch. Da drüben. Hier. Okay, Sander mehr haben wir. Dann holen wir uns jetzt zwei Slimers. Bibibibibibu. Bibidi babbidi bu. Die Schule, die macht jetzt zu. Du hast es bei dir im Team? Echt? Zorro ist langsam? Tigrissa, du bist was richtig Geiles. Bitte verneige dich. Wir verneigen uns vor dir, denn du bist jetzt mein Lieblingsshiny. Um jetzt mal ernst zu sein. Mein, immer wenn Leute, wenn ich eine ernste Antwort gebe auf was ist dein Lieblingsshiny? Es ist Shiny Tromborg. Du bist Shiny Tromborg. Es ist unfassbar schön. Meine Cola ist ausgelaufen. Alle Kinder, er geht nach Hause. Wir machen jetzt hier dicke, fette, fette Party. Zorro könnte Necrozma besiegen durch Toxin. Ja. Aber das schafft auch mein Amphira. Eddix oder Eddy. Eddy, du bist ein Knirrfisch. Haben wir vorhin gefangen. Knirrfisch. Ein schönes, hässliches Pokémon. Knirrfisch. Geil. Achso, Alola Slime als Sacken langsam. Ja, das, 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 das verstecke ich. Ja, Prani, hallo. Dehel Prani, hallo, hallo. Da ist es. Gibt es die überhaupt? Die sind auch neutral, oder? Nein, Schnittchen. Das ist nicht dein Spruch. Es ist ein Weibchen. Es gibt sehr wohl männliche und weibliche Slimer. Okay. Und es ist 50-50. Ja, aber ich kann doch mal was anderes schreiben. Natürlich, natürlich. Ich glaube, da ist Copyright drauf. Hast du das Event hier im Abend gemacht? Nein, was für ein Event. Im Gebäude. Die Dimensionstreppe. Meinst du das? Dafür kriegt man nur Nebulag oder Driftlon. Neben Mission 7 Mysterien. Meinst du das? Das ist aber kein Event. Das ist eine Quest. Ein zu geiles. Ja, aber das hat... Oh, da ist zur Ruhr. Tschüss. Ja, das ist aber nur eine Quest. Da kriege ich kein besonderes Pokémon für. Prani, du bist Sonne, Mond und Sterne. Du bist ein Shiny-Lunastein. Jetzt sprödel nur so die Shinies. Du hast blaue Augen. Hallo, Peter. Welche Shiny soll ich handen? Äh, Sweeps. Dreier Vermiebs. Ich hab das allererste Zorua. Und was passiert hier? Man kriegt so 30% hinterhergeworfen. Ja, 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 ja. Wie fandest du die Detektiv-Quest-Story in Pokémon XY? Habe ich die gemacht? Kann sich jemand daran erinnern, ob ich die gemacht habe? Was für eine Detektiv-Story? Ich glaube, ich hab die nicht gemacht. Mich interessiert Story nicht in Pokémon-Spielen. Und wenn, erinnere ich mich eh nicht dran. Ich bin hier, um zu fangen, nicht um zu lesen. I'm here to lead, not to read. Die blaue Zunge ist genial. Kann man sich eigentlich auf Wunsch die Spirits zuschicken lassen, wenn man selber für die Kosten aufkommt? Alle? Da steht kein Datum drauf. Also, alle nicht. Aber wenn du sowieso auf dem Stapel bist, was du, wenn du, du bist sowieso Patreon, du bist Patreon Stufe 2, ne? Dann kriegst du eh von mir einen Brief am Ende des Jahres. Und dann kannst du gerne jederzeit bei einer besonderen Karte sagen, hey, kannst du das auf meinen Stapel packen? Ich hab schon viele Spirit Pokémon auf den Stapel gepackt. Aber was warst du gerade? Warst du was Besonderes? Ich hab deinen, glaub ich, schon weggeschmissen. Das musst du dann, du warst Pion Draghi. Also Pion Draghi lege ich nicht auf deinen Stapel. Das ist, glaub ich, das hässlichste Pokémon neben anderen hässlichen Pokémon. Aber wenn du jetzt ein krasses Leggy bist oder ein Shiny Leggy, dann, klar, kannst du gerne sagen, leg mir das zur Seite und ich schick's dir. Aber ja, die Porto Gebühren übernimmst du sowieso quasi, weil du hier schon Patreon bist. Aber um sicher zu gehen, also du kriegst, du kriegst einen Brief zugeschickt, wenn du hier einmal entweder Tier 2 oder Tier 3 gesuppt hast oder 5 Subs gemacht hast oder mindestens 1000 Bits gespendet hast. Einmal und du kriegst hier so einen fetten Zettel wie zum Beispiel Henriette gestern. Der Zettel heißt, dass du einen Brief am Ende des Jahres kriegst. Natürlich auch ein paar Spirits dazu. Also muss ich Patreon werden, wenn ich irgendwann mal Gengar ziehe? Ja, beziehungsweise eins von den Sachen einmal gemacht haben, die ich gerade aufgelistet habe. Deidoo. Okay. Steinstein züchten, Frubel züchten. Also da es jetzt immer noch nicht dunkel ist in diesem Spiel. Könnte ich jetzt echt versuchen, ein Pichu zu finden. Ist Pichu zu Pikachu nicht sogar Freundschaft? Widerliche Freundschaft. Aber ich kann warten, bis es ein Pikachu ruft. Dann brauche ich keine Freundschaft. So, gehen wir mal wieder in ein Pokémon Center. Ich muss eh mal schauen, ob ich wirklich einen Eisstein habe. Oh mein Gott, das Menü. Nein, ich will doch hier Glurak. Mann. Ich will doch ein Fliegen nehmen. Weh, du schmeißt meinen Gänger dann in den Müll? Wenn du in dem Moment nicht sagst, bitte leg es auf die Seite, schmeiß ich es in den Müll. Ja. Du musst mich dann schon erinnern. Oder Freundschaftsbond, Samfglocke 10 bis 12 Level up. Okay. Sandern entwickeln. 31. 30. Runde B ist hier. Das können wir weg tun. Kraboks, Ditto. Und mein Ditto auch an den Anfang hier. Stimmt. Und ich hab das Tempomacher Wuffels. Und dann hier das normale. Das Adlerauge. Tempomacher, Munterkeit, Adlerauge. Okay. Und das andere. Kurz Ordnung schaffen. Was war Daniela? Lichen Rock. Wo ist es? Irgendwie das Nachtwolverrock. Das Nachtwolverrock will ich immer Englisch nennen. Weil der Name so perfekt passt dafür. Hier Sankabu. Kommt zum anderen Sankabu. Slamaslima. Choreogel. Choreogel. Ich weiß, der Bildschirm da unten ist so klein. Ich sehe ihn genauso groß wie ihr. Das ist so blöd. Da ist das andere Choreogel. Da ist das Pepeg. Choreogel. 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 Blablabla. Alles hier. Alles da. Alle sind versammelt. Ich habe mir ein Haspior geholt. Denn Haspior. Was hast du für eine Attacke? Haspior hat in diesem Spiel eine besondere Attacke, die nur einmal vorkommt, die ich für meinen Pokémon Home Achievements brauche. Und zwar ist es keine Attacke, die es gerade hat. Okay. Welche Attacke? Wie kriege ich die? Das machen wir irgendwann anders. Aber ja. Wenn ich mit Gen 7 fertig bin, habe ich auch alle Attacken im Attackendecks in Pokémon Home. Weil die letzten, die ich brauche, gibt es nur in dem Spiel hier. Hier holen wir noch das Fruweiler her. Wo ist es? Ja. Okay. Dann gucke ich kurz, ob sich das wirklich... Welche wären das? Wie kann ich die jetzt nicht alle aufwendig auszählen? Aufzählen. Auswringen zum Beispiel. Eisstein. Was gibt es als Strafe, wenn ich keinen Eisstein habe? Für Daniela. Die hat gesagt, ich habe einen. Mondstein, Sonnstein, Eisstein. Oh mein Gott. Boom. Hallo, Biff. Biffi? Gigantifying Emote. 30 Bits. Dankeschön, Henriette. Oh mein Gott, wie riesig ist das? Das musst du dir auch bewahren. Dann bist du... Oh bei, ich habe hier Sandern für dich. Schau, Emote. Perfekt. Was bekomme ich als Belohnung? Gar nichts. Die Welt ist nicht fair. Das erste Mal, dass ich das sehe, diese Gigantify. Ich kenne niemanden, der die Freundschaftsentwicklung mag. Oh, Eisbär. gut. Gut. Okay, sollen wir mal ein Pokémon zum Brüten... Wo wird hier überhaupt gebrütet? Kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals irgendwas gesehen habe mit Brüten. Oder? Doch, achso, doch. Ich habe ja so viele Wolvoroks gebrütet. Es war einfach... Es ist so lange her. Okay, gehe ich kurz zum Brüten und mache einen Kleinstein und einen Fruberl. Ich muss zum Dorf, äh, zum Hof, zur Farm auf der ersten Insel. Oder nee, es war die zweite Insel. Was ist die zweite Insel? Was ist hier? Ohana-Fan, genau. Zehn Minuten noch, dann kann ich endlich ein Bubungus suchen gehen. Jetzt machen wir zuerst die Alolas fertig. Nicht fertig, aber... Kleinstein. Zeh, warum muss dann auch noch brüten? Joa... Ich glaube schon. Ich habe keinen Bock, neunmal das Intro von dem Spiel zu spielen. Das ist viel zu lang. Aber das mache ich, glaube ich, dann, wenn ich jeden Starter einmal habe im Spiel. Gott, wie... Ist man nicht durch das alles durch? Das ist blöd. Jedes Mal? Hallo Kira. Kira. Wo ist das so... Was? War das so weit weg? Eine kleine Slavina. Warum? Ich könnte Schutz einsetzen, wovon ich 50 gekauft habe. Ja, das könnte ich machen. Muss ich sie... Das ist auch so eine gute Besserung inzwischen, dass man nicht mehr ins Team muss. Wink-Shiny-Zweeps? Du hast mich gefragt. Warum soll ich dir irgendein Shiny nennen, was du in fünf Minuten gefunden hast? Ah, hier ist noch ein Ei. Sag mir nicht, es muss in mein Team. Glaub, Fuchs, du bist ein Knackrack. Knackrack. Hier ist ein Ditto. Wieso habe ich eins gefangen? Woher habe ich das Ditto? Das habe ich doch sicher rüber getauscht. Oh, das muss ich mir ein Team erst leer machen. Dass sie es erst mit Gen 8 geschafft haben, das Brüten angenehm zu machen. Eorock, Ditto. Aber das ist mein Ditto. Moment mal, habe ich nicht... Aber ich habe es, glaube ich, nicht in einer anderen Sprache, das andere Ditto. Das wäre zu wild. Ich habe es, glaube ich, nicht in einer anderen Sprache, das andere Ditto. Geh, Rock. Ist das das? Von Andi. Aber das ist sogar das Wolvorock. Stimmt, Happens. Dort ist das Wolvorock. Das müssen wir uns schön aufbewahren. Außer deine OT. Deswegen müssen wir es nicht aufbewahren. Aber ja, wir... Flammkörper. Okay. Dann haben wir die Eier auch mal alle darüber. Aber ich tue es nicht weg, das Wolvorock. Aber es ist nicht... Es darf nicht in meinen Decks. Und dann kriege ich da das Kleinstein. Du willst die 94 und 476, Biest? Shame on you. Lies die Kanalbelohnung bitte durch. Wir geben dir die Punkte gerne wieder, aber lies dir die Beschreibung der Kanalbelohnung durch. Biest is not here to read. Achso, ich muss eh frei erstmal abholen. Kleinstein ist geschlechtsneutral. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass das jetzt stimmt. Toasty, du bist ein Skorgler. Skorgler, wunderschön. Und Kira, du bist ein Parmo. So, Frobel, Frobel, ja. So schnell, du bist du bist. Tenshin kann doch weiblich sein. Danke, Laubfuchs, dass du es so schreibst und nicht einfach nur sagst Nein. Weil wenn man einfach nur schreibt Nein, weiß ich nicht, was du meinst, weil ich habe vieles gesagt. Mein Gehröck ist ein Männchen. Ein gutes Gehröck. Es ist Nacht. Zwei Minuten zu früh. Kann ich auch in eine Richtung noch rennen? Wer hätte es gedacht? Ein Tempomacher, Wuffels. Keine Angst, es wird ein männliches Kleinstein ausschlüpfen jetzt. Okay, ich muss mich drehen. Was ist das andere Ei? Ich weiß, dass einer von den Zuschauern, die damals einen Tempomacher Wuffels von mir bekommen haben, mir auch ein... Ich habe mal ein Ei gekriegt. Da kommt jetzt ein Virus raus. Mein ganzer Spielstand löscht sich. Machst du wieder eine Verlosung? Nope. Da habe ich auch mal für mich brüten. Ich habe die Animation aber tatsächlich noch nie gesehen. Die sieht ganz witzig aus. Das andere Ei ist noch nicht ausgeschlüpft. Okay. Komm, Männchen. 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 Ich sage es euch. Männchen. 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 Easy. Oder der rote Jay. Ach, die ist nur für Alola-Pokémon, die Animation? Äh, das kann nicht sein. Was? Welche Animation? Weil davor war ein Wolverog. Sie sah genauso aus. Oder was habe ich verpasst? So, und Frobeiler kann wirklich nur weiblich sein. Also passt. Tempo-Macher-Wuffels, Munterkeit-Wuffels, Wolverog mit Adlerauge. Dann ist hier noch ein Tempo-Macher-Wuffels. Also das brauchen wir hier nicht. Und genau. Dann hole ich jetzt Frobeiler. Glaubst du Pokémon sah, kann man das Ewigblüter-Fluet fangen? Das weiß ich nicht. Ähm, komm her. Ich glaube... Ich glaube... Ja. Aber es wird nicht... Es wird nicht Ersatz-Fluet sein. Das wäre sehr dumm. Sondern es wird ein Fluet sein. Das war auch wieder dumm. Nein, ich abgeben. Okay, warte dann. Hab ich's. Okay, alles gut. Alles gut. Kannst gar keine Vision mehr machen. Wird immer unbekannter Fehler angezeigt. Dann ist noch nicht genug Zeit abgelaufen. Die Musik und die Animation ist anders. Okay, dann ist mehr... Dann ist es aber nicht so groß der Unterschied. Weil für mich sah das gerade gleich aus. Wolverrock und Kleinstein. Was ist denn in diesem einen Ei drin? Das hat mir jemand im April geschenkt. Wenn da jetzt ein Shiny ausschlüpft... ...sollen wir es dann freilassen. Das sieht doch bei Kleinstein gerade genauso aus. Ebuli war drin. Schön. Das ist vielleicht sogar relativ cool. Denn ich brauche ein Ebuli. Ebuli lernt aber relativ spät. Eine Attacke, die ich für meine Attackendecks brauche. Aber Ebuli war meine letzte Wahl da. Weil es irgendwie erst auf 49 diese Attacke lernt. Was? Sogar auswringen oder sowas? Irgendeine Attacke. Aber die gibt es auch leichter zu holen, als ein Ebuli so hochzuleveln. Ohne Stein. Ist das nicht das Ebuli, dass man da Standard aus der Pension bekommt? Das kann sein. Weiß ich nicht. Achso, dann ist es vielleicht... Ja, okay. Dann ist es nicht von jedem... Von einem Zuschauer. Okay, 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 okay. Ich dachte, es hat gar keine Füße, sondern es hüpft quasi. Süß. Wann lernt Frau Beiler Stamm fangen? Irgendwie wirkt es sehr einfach, in diesem Spiel zu leveln. Vielleicht werde ich einfach alle Mons in dem Spiel hier entwickeln. Einfach weil es geht. Weil es so einfach ist. Okay, jetzt ist Nacht. Das heißt, wir können in den Wald, der auf dieser Insel hier ist. Ja, okay. 29? Du hast deine Monsterdose auf die Couch gekehrt. Jetzt bin ich traurig. Sitzt du jetzt daneben und bist traurig, anstatt irgendwas zu holen, um es aufzuwischen? Wisch es auf, schnell! Wisch es auf, schnell! Da ist Frau Bärl. Soll ich dann mal Frau Beiler in meinem Team lassen, damit es Stamm verlernt? Ich meine, ich werde nicht so viel Level jetzt kriegen. Okay, das ist auch ein Evoli, das wir nicht brauchen. Anpassung, Fähigkeit, Anpassung. Wie langweilig klingt diese Fähigkeit. Okay, und dieses Flammkörper, Fiaro ist auch nicht unser, weg damit. Okay, sieht gut aus. Dann, Fluffeluff. Horosec. Vielleicht brauche ich dieses Ditte jetzt auch nicht mehr. Jetzt kommen wir auch irgendwo hinten hin. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Hallo Melly. Dankeschön für den Raid. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich heilen sollte. Vielleicht. Okay, wir finden jetzt zu 5% ein Kommandotan. Schon die ganze Zeit. Aber jetzt finden wir eben auch zu wahrscheinlich 20% ein Bubungus. Wovon wir zwei brauchen. Und nein, Bubungus wird nicht zu Amogus. Auch wenn der Name es möglich machen sollte. Bubungus wird zu... Han Pingyong wird zu Amogus. Und Bubungus wird zu Lame Lux. Hallo, Dosupaf. Oder ist denn noch ein Item, das ich nicht habe? Ist Bubungus im raschelnden Gras? Hat Let's Go irgendwelche besonderen gebracht? Was? Kommandotan, first try? Oh mein Gott. Fluffeluff. Do your thing. Die. Hä, das war der Rare... Das ist der Rare Spawn hier. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier ewig danach suchen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Fluffeluff lässt sie nicht verhöhnen. Es kann nur eins sehr, sehr gut. Aber Kommandotan ist zu intelligent. Oder auch... So schwach. Ja, ich mag nicht mehr. Fluffeluff wird am Leben gelassen noch. Und abkreuzen. Wir haben Kleinstein gemacht. Wir haben... Frobel gemacht. Jetzt haben wir Kommandotan. Geil. Jetzt dauert es ewig, bis ich... Bis ich... Bubungus... Wie heißt das? Bubugus. Bubungus. Nein, ich habe noch kein Methenu. Das wird noch interessant. Wie viel Glück ich da habe. Sind wir eigentlich bei 31 oder 32 toten Fluffeluff? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe heute nur eins gekillt. Also ich dachte nicht, dass wir schon bei 30 sind. Oder vielleicht habe ich heute inzwischen auch drei gekillt. Aber Fluffeluff ist jetzt Level 20. Wollte fragen, ob Let's Go besondere Pokémon gebracht hat. Du hast die gleiche Frage nochmal gestellt. Ich weiß nicht, was du meins mitgebracht. Die sind auf einem... Das lässt wirken, dass es eine Evolutionsline ist. Hä, es ist immer so, dass mindestens noch der Nachbar dargestellt ist. Es wirkt so, als ob das die Evolutionsline ist. So ein Quatsch. So, als ob dieser gechillte Kommandotan auf einmal denkt, oh, ich werde jetzt Football-Spieler. Hä, das ist ein einziges. Bei Libiskus... Oder nicht bei Libiskus. Bei Knirrfisch war auch noch Knirrfisch da, oder? Ich weiß schon, dass sie zusammengehören. Aber das wirkt doch jetzt so, als ob sie das entwickelt. Das ist irreführend, würde ich behaupten. Das ist irreführend. Aber okay. Du willst wissen, ob Let's Go allgemein besondere Pokémon hat? Ähm, nein. Das ist Gen 1. Es gibt Alola-Pokémon in Let's Go. Es gibt bei Poké-Wiki Let's Go Pikachu Evoli ein. Und es wird alles aufgezählt, was es an besonderen Pokémon dort gibt. Aber... Mir fällt nichts Besonderes ein in Let's Go, was es gibt. Außer Meltan. Meltan gibt's. Aber Meltan gibt's genau genommen in Pokémon Go. Deshalb schlechtes Spiel. Ich meine, es gibt andere Gründe, warum es schlecht ist, finde ich. Du hattest ein Methenus. Es hat sich gesprengt. Du musst da mit einem Wasser-Pokémon hingehen. Und Feuchtigkeit. Deswegen hab ich's noch nicht gemacht. Ich hab... Ich muss mal gucken. Vielleicht hab ich auch einen Wassermann mit Feuchtigkeit. Aber ich glaube nicht. Da es, glaub ich, kein Gen 7 Feuchtigkeitsmann gibt. Lass gucken. Ähm. Gibt's überhaupt... Bungus. Bungus. Ja, Apoqualyb und dann Blipp. Das heißt, Gens 6 und 7 und 8 haben keine Feuchtigkeitsmons. Krass. Apoqualyb ist Gen 5 und Blipp ist dann Gen 9. Drei Gens ohne Feuchtigkeitsmon. Wir haben hier zum Beispiel Morlord. Fapuzzi. Entoron. Parasek? Paraseks versteckte Fähigkeit ist Feuchtigkeit? Schade. Das wär so geil, wenn ich zufällig... Aber wie? Ich hab Sporenwirt. Das wär so geil, wenn man Parasek einfach Feuchtigkeit... Parasek und Feuchtigkeit macht gar keinen Sinn. Okay. So, ich muss noch mal gucken. Wo ist dieses... Bubungus. Bubungus. Ich sag den Namen dauernd falsch. Hm? Bubungus. 20% in der Nacht. Bubungus. 10% in der Nacht. Im Sonne und Mond wären es 20%. Äh... Eingangsbereich. Eingangsbereich. Und im nächsten Bereich ist es auch. Also egal wo, 10%. 30%. Bubungus 10%. Ey, Sonne und Mond. Meistens sind die... Encounter-Raten bei... bei Ultra besser. Hier bei Bubungus... sind sie im Original besser. Man muss dann ja auch noch stark genug sein, um Mitheno standzuhalten. Wenn Mitheno so krasse Angriffe macht... Ich mein, so ein hohes Level hat es doch da nicht. Das ist doch keine Level 30, oder? Mawlord kriegst du zum Beispiel in... Warblechern. Und dann ist es sicher stark genug. Ist das nicht im Schattendschungel? Da bin ich. Bin ich nicht im Schattendschungel? Das müsste eigentlich Center-Mark heißen. Der Quarterback schnappt nicht den Ball. Aber keiner kennt den Begriff Center-Mark. Haben die Pokémon aus Gen 1 automatisch die versteckte Fähigkeit beim Übertragen, dann könnte man ein Paras aus Gen 1 auf Ultrasonne machen. Laubfox! Warum... Warum... Warum sagst du Quatsch? Ja! Alle Pokémon, die du überträgst aus Gen 1 und Gen 2, haben die versteckte Fähigkeit. Aus der virtuellen Konsole. Also die anderen kannst du ja nicht übertragen. Ich schätze mal, ja... Keine Ahnung was passiert, wenn du versuchst, ein Gen 1, Gen 2 Mon auf Gen 3 zu übertragen. Weil dafür gibt es inzwischen Möglichkeiten, technische. Aber ich schätze mal, die würden dann auch immer die versteckte Fähigkeit benutzen, weil das so etabliert ist. Aber der Aufwand ist extrem hoch. Wobei, nee, die Verbindung ist ja da. Die Verbindung ist ja da. Gen 1 und 2 Mon's gehen auf Gen 7 rüber. Einfach so. Mit dem Poké-Transporter. Es ist gar nichts mit zwischendrin oder sowas. Ja, das könnte man machen, aber ich... mach hier Gen 7. Ich will nicht andere Gens benutzen. Hast du an Let's Go gedacht? Nee, nee, nee. Gen 1. Let's Go ist Gen 7. Richtige Durststrecke. Ich hab Durst, ja. Sorry, ich reagiere immer so... Achso, wenn jemand falsche Informationen sagt. Dabei rede ich hier auch so viel Quatsch. Das Pokémon heißt auf Englisch Morelull. Morelull. Vielleicht in Lullaby. Lullaby. Morelal. 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 Chinotic. Chinotic ist seltsam für Lame-Luchs. Eigentlich soll der Kommando-Tern so lange dauern. Und jetzt kommt... Obogus. Ich will nicht. Vielleicht soll ich auch anfangen mal zu killen, damit Vyla Level bekommt. Aber Paras in Gen 1 zu finden ist gar nicht so leicht. Aber man kann... Äh, Parasek. Aber ja, stimmt. Paras hat auch Feuchtigkeit. Ja, man könnte aber... Paras selbst ist auch tatsächlich nicht geschenkt in Gen 1 zu finden. Aber man könnte versuchen, einen Paras in Gen 1 zu finden. Das hat dann die versteckte Fähigkeit in Gen 7. Mit Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, Pilzspore und Trugschlag. Das ultimative Fangmann. Wenn es jetzt noch schnell wäre... Ei, ei, ei. Ich gehe nochmal überprüfen. Was ist hier los? Warum kommt nix? Bubungus. 10%. Safcon. 10%. Ist das nicht ein Witz wieder? Es kommen Safcon und Safcon und Safcon und Frobeila. 10%. Es kommt alles. Hult, Hult, 20%. Okay. Aber kein Bubungus mit 10%. Aber alle anderen schon. Also, ich gehe mal. Aber hier steht raschelndes Gras, Kommandutan, 30%. Okay. Mobile. 10%. Das heißt, das Rascheln, ich weiß nicht, wie oft raschelndes Gras vorkommt hier, aber vorhin war auch eins da. Und da ist 30%. Das heißt, Kommandutan ist eigentlich nicht schwer, weil man einfach die ganze Zeit rein und raus rennt und immer das raschelnde Gras anrennt. Komm, es wird Zeit. Ich brauch zwei Stück davon. Nee, 5%-Kommandutan. Was ist mit dir, Spiel? Warum sind manche Pokémon so seltsam? Ein 5%-Kommandutan. Und so viele 10%-Mons kommen vor dem 10%-Bugungus. Vielleicht ist nicht Tag, vielleicht ist nicht Nacht im Spiel, aber es ist Nacht. Zauberblatt, Abelzauberblatt. Vorbeiler. Na gut. Kann ich irgendwie versuchen zu beweisen, dass ich mein Huthut kam. Und Huthut ist... Huthut kommt auch nur nachts. Es muss Nacht. Es ist Nacht im Spiel. Wir hatten schon zwei Huthuts. Mobile. Ich habe ein Loch im Arsch. Ich meine, wer hat kein Loch im Arsch, aber er hat ein sehr großes Loch im Arsch. Läuft Mobile voll, wenn man es ins Wasser stellt? Ich meine, es ist Stein. Das würde es eh nicht sehr mögen. Passiert ihr in Temtem aber auch auf, manchmal tauchen mehr 5%-Mons auf als 30%-Mons. Aber es ist doch, es war doch keine Logik. Es ist doch alles unlogisch. 10% Safcon. Oh, ich brauche noch einen Reißlaus, sehe ich gerade. Stimmt. Das können wir auch gleich noch machen. Mobile, verpiesel dich. Oh mein Gott. Ich gehe mal in den nächsten Bereich gehen. Kann sein, dass du im falschen Graspatch bist. Aber PokéWiki sagt, dass das hier ist. Ich habe noch nie einen Bubungus, glaube ich. Ja doch, irgendwo habe ich einen bestimmten Bubungus gesehen. Aber noch nicht in der Wildnis. Oh ja, ich habe eh noch nie den Pokédex aufgemacht. Äh, wo bin ich? Akala? Ähm. Ähm. Was ist das für eine Reihenfolge? Ähm. Ähm. Da. Ja. Ich meine, es sagt, dass es da ist. Ah ne, das sagt nur den groben Bereich vor. Das sagt noch nicht mal genau, oder? Ah doch, hier. Ja, da bin ich. Oder? Da bin ich. Klar bin ich hier, oder? Hier bin ich doch. Ich bin hier? Ich muss, ich muss da hin? Was ist das für ein... Was? Das heißt, Daniela hatte wieder recht, vorhin als sie gesagt hat. Warum müsst ihr immer recht haben? Warum müsst ihr immer recht haben? Hä? Was ist da der Unterschied? Das ist doch das. Ich bin doch da. Ja, PokéWiki sagt, das ist genau da, wo ich gerade bin. Das sagt nicht die kleine Höhle da drüben. Ich glaube, es gibt es einfach in beiden Bereichen. Ich sage, das gibt es in beiden Bereichen. Äh. Bubungus. Ja. Plätscher, Hügel und Schattendschungel. Plätscher, Hügel. Ja, ich bin halt im Schattendschungel. Beim Plätscher, Hügel gibt es das auch. Das andere, der, der, der Pokédex im Spiel sagt halt Plätscher, Plätscher, Hügel, Plätscher, Hügel. Ich bin schon richtig, aber Bubungus ist 20% im Plätscher, Hügel. Okay, es wäre einfacher, es da drüben zu suchen. Okay, 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 ich gehe rüber, ich gehe rüber. Aber ich hätte es hier auch schon längst finden sollen. Klar, Melux kannst du auch auf einer anderen Insel fangen. Okay, gucke ich gleich, wenn ich eins habe mal. Aber im Schattendschungel bin ich auf jeden Fall gewesen. Das war der Schattendschungel. Na gut, dann gehen wir mal kurz da rüber. Wie kommen wir da rüber? Hier. Komm ich nicht da runter. Hier. Sofort. Kommt jetzt. Anton kann Feuchtigkeit. Lasst uns einen Anton fangen. Wolke 7 von Anton wirkt. Okay. Tschüss. Das heißt, wenn da nicht steht, Wolke 7 wirkt, dann weiß ich, dass es Feuchtigkeit hat. Das heißt, wenn da nicht steht, wenn da nicht steht, dann weiß ich, dass es Feuchtigkeit hat. Das heißt, wenn da nicht steht, wenn da nicht steht, dann weiß ich, dass es noch nicht steht. Nope. Das will ich nicht. Das heißt, Sporenwirt kann sogar einschläfern. Kann es auch vergiften. Das heißt, Sporenwirt sorgt dafür, dass bei Kontakt ein Statuseffekt ausgewählt wird. Okay, dann ist es doch ziemlich geil. Kann auch vergiften. Krass. Aber ich wäre ziemlich genervt, wenn... Wobei, das kommt wahrscheinlich nie vor. Ich meine, es wäre schön, wenn es immer einschläfern würde, denn... Aber so ist es halt, wenn ich Pilzspore mache und dann hört Schlafen auf und ich habe schon Trugschlag gemacht. Das ist halt echt gefährlich. Da ist es. Nehmen wir an, dass ich mache Trugschlag. Es hat nur noch ein KP, dann macht der Gegner eine Attacke. Es wird vergiftet und bringt sich selber um. Ich meine, es sollte in der Zeit locker im Pokéball drin bleiben, aber bei krassen Mons, bei so einem Leggy und es wacht auf, macht eine Attacke, wird vergiftet. Das ist schon gefährlich. Und es ist ein weibliches Bubungus. Muss ich kurz gucken. Aber das sollte nicht nur weiblich sein, oder? Nö. Okay. Schade. Ach, wenigstens haben wir mal eins gesehen. Ach, Trugschlag nur sehr riskant eben. Aber gut, Trugschlag ist meistens, bei einem Leggy würde Trugschlag, sowieso würde ich sowieso nicht Trugschlag machen können. Das würde niemals ansatzweise Schaden machen. Aber bei so einem 1% oder bei so einem Pichu wäre es schon traurig. Wo sind jetzt die Entorons? Die Entons? Wobei, ist die Frage, Methenus Catchrate? Enton? Da fange ich mir lieber direkt irgendwo ein krasses Entoron. Das Enton müsste ich ja erstmal leveln. Quapsel hat auch Feuchtigkeit. Hier ist die Feuchtigkeitsebene. Aber Level 14 sind echt zu schwach. Ich kann sicher geilere Mons fangen. Die für Methäne gut sind. Stärkere. Hallo Maure Diven. Ich sollte eigentlich angreifen. Das dauert zu lang. Wo gibt's Lammlux? Nice. Männchen, Männchen, Männchen. 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 Lammlux Route 11. 10%. Im hohen Gras. Auf Route 11. Ist jetzt aber auch komisch. Ah ne, nur Lammlux. Bobongos ist Sonne und Mond. Okay, ja, Lammlux 10% auf Route 11. Dann gehen wir da jetzt mal rüber. Ah ja, dritte Insel. Hm. Dudie, 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 Dudie. Du bist ein Waggon. Waggon. Ist das heute eine Insel weiter? Hier. Fabian, du bist ein, äh, ähm, ähm, Kobuin. Hier kann ich die Seite nicht mehr benutzen. Super Effective ist abgestürzt. Äh, wir kommen ja da runter. Hier. Hier. Internal Error. Jetzt haben wir eine Zeit lang keine Liste. Ich versuch's gleich nochmal. Ähm, einfach hier, oder? Welches Gras ist am schönsten? Das Kosturso-Gras. Lehrmeister Kosturso. Turso. Okay, ganze Lebensgeschichte erzählt. Okay, okay, chill, chill, chill. So, Lame Lux. Mal schauen. Geht bei euch super effektiv auch nicht auf? Dann bin ich gesperrt. Seine Kraft ist zu groß. Level 28. Okay, hier krieg ich wenigstens ein paar Level. Kosturso ist ja giga big. Ja, Kosturso ist riesig. Schwert und Schild läuft er auch rum und verfolgt dich, sobald er dich sieht. Und läuft dann so mit ausgestreckten Armen hinter dir her. So perfekt wie läuft? Okay, dann mag's meins nicht. Bam, bam. Bam, jawohl, ich erkenne dich von deinem Schrei. Ich muss gar nicht hingucken. Ich will dich kaputt umarmen. Das ist Kosturso, ja. Okay, dann muss ich irgendwie mal meinen Cash leeren oder so. Aber vielleicht geht's gar nichts? Was ist das? Pam, pam, schon wieder? Es geht wieder. Oh, es hat ja ewig nicht geschweichert. Es hat ewig nicht mehr funktioniert. Oh nein. Äh, was hab ich noch alles? Was hab ich noch? Was hab ich noch? Kleinstein. Kleinstein. Slime-Mock. Okay. Ey. Das sieht so creepy aus, man. Diese Arme erinnert mich an irgendein Tier aus irgendeinem Alien-Horrorfilm oder sowas. Oh, es ist ein Weibchen, verdammt. Fluffeluf, was tust du? Streng dich doch mal an. Ufa, Wurzler sieht auch creepy aus. Ich glaube, es erinnert mich an die Aliens aus... aus Scary Movie 4, weil sie diese langen Finger haben, die sie sich gegenseitig in den Mund stecken. Diese Finger von Lame Lux sind einfach so creepy. Okay, Frau Baila lernt hoffentlich bald Stampfer. Oh, Coaleloo gibt's hier auch. Die pinkeln doch da aus ihren Fingern. Ganz genau. Irgendjemand sollte, wenn ihr nicht wisst, was ihr für ein Geräusch hier haben wollt, hier im Stream unter eurem Namen und sowas. Das Geräusch von Gana ist auch so markant, finde ich. Wurr, wurr. Wurr, wurr. Das war aber Scary Movie 3? Ernsthaft? Was ist denn Scary Movie... Scary Movie 4 ist doch... Ah, nee, Scary Movie 3 ist die Verarsche von dem Alien-Film. Und dann Scary Movie 4 ist die Verarsche von The Grudge. Du hast vollkommen recht. Ist der Preisesound Beste? Den hat schon jemand als Sound hier. Ich dachte, du hast das Geräusch gemacht. Wurr, wurr. Wurr, wurr. Koaleloo sollte eine Entwicklung haben. So ein krasser Kampf-Koala. Ich weiß nicht. Das habe ich mich irgendwie noch nie gefragt. Warum das keine Entwicklung hat. Ich finde es so eigentlich ganz okay. Ich würde den Confus-Strahl-Sound aus Gen 2 nehmen. Ist der nicht super nervig, der Sound? Irgendwie... Hat Aurora-Strahl. Also Hyper-Strahl hat ja auch den krassen Sound. Aber der ist auch ein bisschen hart. Aurora-Strahl hat doch auch so einen besonderen Sound. Der Rosanna-Sound wäre auch nice. 4 ist Krieg der Welten. Dann habe ich recht mit 4, weil in Krieg der Welten kommen die Aliens vor. Wer eine Scary Movie verarscht Krieg der Welten. Aber ich glaube auch, dass Grudge 4 war. Ich meine, Scary Movie 3. Scary Movie 3 ist... Ja, Scary Movie 3 ist Krieg der Welten. Scary Movie 4 ist The Grudge. Stimmt schon. 3 ist Krieg... Also, ich war falsch am Anfang, aber jetzt richtig. 3 ist Krieg der Welten. Ich habe bei manchen Sounds immer gedacht, da klingelt das Telefon. Von Pokémon Attacken. Pokémon ohne Entwicklung machen keinen Spaß. Ja, verstehe ich. So diese... Ja, verstehe ich. Jetzt reicht es aber mit den Qual-e-lu. Erster Scream, ja. Zweiter, äh... The Haunted House. Dritter Krieg der Welten. Vierter Grudge. The Valley? Was ist denn The Valley? Was ist denn The Valley? Was ist denn The Valley? The Valley? The Valley ist irgendein super unbekannter, oder was heißt indischer Film? Der Zweite war die Verarsche von dem... Haunted Villa Film, wie auch immer der hieß. The Village? The Village war... War The Village da ein bisschen drin? Ich glaube nicht. Also viele Filme waren in Scary Movie drin, aber es hat immer so ein Hauptthema. Die Story hat immer ein Hauptthema verfolgt. Und vom Zweiten war es das Hauptthema, war von dem... Von dem besessenen... Riesigen... Haus. Taumeltanz... Äh... Nö. Doch, doch. Das Hauptding war aber das Haunted House. Scary Movie 2. What... Movies... Was wird mir da vorgeschlagen? What movies does it make fun of? Okay. Gibt es eine ganze Liste? Parodies. Oh mein Gott, ist die Liste lang. Ja. Legend of Hell House, The Rock of a Picture Show, Amityville Horror. So gut wie jeder Film, bei dem es um ein besessenes Haus geht, wird da verarscht. Ah, die sind nach Release geordnet, aber ich meine... House on Haunted Hill? Nee, wie hieß der denn? Hollow Man? Stimmt. Tatsächlich ist The Village nicht in dieser Liste dabei, bei Scary Movie 2. Also kein einziger Joke geht auf The Village. Aber ich meine per... Exakt den... Heißt das einfach The Haunting? Nee. Wie hieß der denn? Auf Deutsch hieß der, glaube ich, irgendwie einfach nur das Hotel oder so? Haunted House... Movies, es gibt so viele. Amityville Horror, ja. Aber... Amityville Horror verarschen sie dadurch auch, weil es einfach um ein besessenes Haus geht. Aber es gab einen ganz bestimmten, sehr berühmten zu der Zeit, als Scary Movie 2 rauskam, der da gemeint ist. Ich weiß, auf Englisch hat der, glaube ich, einen super basic Namen. Auf Deutsch lief der dauernd oft ProSieben. Oder wo auch immer. Das Geisterschloss? Das, was heißt das Geisterschloss? Genau, ja. 1999, das Geisterschloss. Der in Scary Movie auf Englisch einfach nur heißt The Haunting? Ja, The Haunting. Scary Movie 2 wird hauptsächlich, ist hauptsächlich die Verarsche von The Haunting. Und allen anderen Haunted House Filmen. Aber The Village ist nicht im Film, in der Liste dabei. Eddie Murphy? Nee. Da ist, ähm... The Haunting... Ist, 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 wie heißt der? Liam Neeson. Der Ring kommt doch auch vor. Das ist Scary Movie... Drei. Vier? Vier. Vier, oder? Ein Scary Movie... Der Anfang von Scary Movie 3 oder 4? Vier. Fängt an mit, dass sie getötet wird von dem Ring-Mädchen. Scary Movie 2, nicht auch eine Parodie von The Exorzist? Äh, da war die aber auch mit drin, ja. Endlich. Da gibt's auch... So fängt's, glaub ich, an, oder? So fängt Scary Movie 2 an, dass, äh... In diesem Haus eben dieses Mädchen... Ist, und dann kommt er rein, und... Das ist eine supergeile, lustige Stelle. Und viel zu... Viel zu ähnlich auch mit The Exorzist. Sie sieht genauso aus wie das Mädchen aus The Exorzist und sowas. Stimmt, Eddie Murphy hatte auch einen Geistervilla-Film. Aber das war, glaub ich, ne... Ne Comedy, ne? So. The Ring war auch irgendwo... Ja, ich glaub, The Ring war Scary Movie... Ah, ne! The Ring war Scary Movie 3. Die haben Krieg der Welten und Scary Movie... Äh, und... Die haben Krieg der Welten und Ring 50-50 gemacht. Weil am Ende war ja unter diesem Haus... Stimmt! Am Ende war es ja so, dass die Alien von Krieg der Welten sind nur auf die Erde gekommen, um dieses Ring-Mädchen zu finden, weil die auch den Film gesehen haben. Naja, The Ring war in Scary Movie 3 mit drin. So, jetzt aufpassen hier. Da ist ein hässliches, hässliches Weibchen entstanden aus dem Nichts. Also entweder verwechselst du Scary Movie 3 mit 4 oder ich. Wir haben von 2 geredet. Du hast gesagt, der zweite Scary Movie geht auch über The Valley, was nicht stimmt. The Village, was nicht stimmt. Kann sein, dass The Village in einem anderen Scary Movie verascht wird, aber wir haben von Scary Movie 2 geredet. Oder du hast es so aufgezählt und das stimmt nicht. Wie krieg ich dich denn jetzt tot mit den anderen? Hallo, Nils. Was ist Gonga, Holopoto? Ich muss wechseln, das ist ja hier die Hölle. Eindruck schlägt noch. Krieg der Welten war doch Teil 4. Da wo die iPods die Erde angegriffen haben und kein Fahrzeug mehr funktioniert, hat nicht mal mehr das Skateboard. Moment, ist Krieg der Welten, vielleicht ist da der Fehler. Ist Krieg der Welten der Film mit Tom Cruise oder mit Mel Gibson? Bestimmt, da gab es 2. Ich meine den Film mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix. Der hieß doch Krieg der Welten. Das war nicht Krieg der Welten, ne? Wie hieß der denn? Weil das ist, 100% ist Scary Movie 3, der Mel Gibson Film plus The Ring. Und dann vielleicht Teil 4 mit Krieg der Welten. Science hieß der! Scary Movie 3 ist Science und The Ring. Scary Movie 4 ist The Grudge und vielleicht Krieg der Welten, keine Ahnung. Braveheart? Nein. Krieg der Welten ist mit Tom Cruise, wo das so maschinenartige Aliens sind, diese riesigen mit den langen Tentakeln. Ja, 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 ja. Der war aber auch krass. Aber Scary Movie hat Science verarscht. Im dritten Teil. Warum stirbt... Hat der irgendwas, dass ich nicht Feuer machen kann? Ah, ich schlafe. War Tom Cruise nicht so? Okay. Musst du nicht. Ewige Erinnerungen. Ich habe mich da kaum noch dran. Aber dafür bist du ziemlich sicher mit deinen Aussagen die ganze Zeit. Du irrst dich. Es ist The Village. The Village ist der Film, wo es dieses Dorf gibt. Und so diese Kuttenmenschen mit den roten Kutten Kult haben. Kann sein, dass das auch ein bisschen in irgendeinem Scary Movie Film verarscht wurde. Aber nicht als großes Hauptthema. Okay, jetzt ist es endlich soweit. Komm schon. Hm. Goddammit. Auch nicht unbedingt so meins. Tom Cruise mit Scientology. Ja, dann dürft ihr auch kein Link in Park mehr hören jetzt. Was ich nicht mache. Also... Link in Park gibt es schon lange nicht mehr. Endlich. Endlich. Okay, suchen wir uns noch ein kleines süßes Dings. Jetzt weiß ich, was ich später noch schauen werde. Scary Movie 2. Oder Michael Jackson. Oder jeden Menschen auf der Welt. Weil kein Mensch ist perfekt. Erst recht nicht Michael Jackson. Wo ist das? Ähm... Wo ist das? Oh, ich weiß auf... Hier... Auf jeden Fall hier. Aber hier ist es mir jetzt zu dunkel. Ich glaube dann... Gab es auf der zweiten Insel... Reißlaus... Hier... Ich glaube hier. Ich glaube hier. Nee. Doch, warte. Nee. Wo war die andere Reißlaus-Stelle? Ich gehe gucken. Auf Pony? Da ist es zu dunkel. Kein Bock auf Pony. Das finde ich nie. Route 8. Da oben war das? Okay. Hätte ich nie gesucht. Ich dachte es war irgendwo unten. Hier. Ja, das kann sein, dass sie ein Scary Movie mal eine Szene hatten, die aus The Village war. Aber das war nicht die Hauptgeschichte von der Story, würde ich sagen. So, hier. Ich krieg dich. Du bist gar nicht da. Ja. Tja. Wollen die nachts nicht? Ja. Rahmen hintereinander. Kein Glück. Heißlaus. 100% dreimal täglich, aber auch nachts, ja. Aber 100% ist es nicht. Nicht sehr 100%ig hier. Scary Movie 4 ist Saw, Village, The Grudge, War of the Worlds. Krieg der Welten. Million Dollar Baby und Brokeback Mountain. Ja, dann war das 4. Aber stimmt, in 4 machen sie auch krass viel mit Saw. Stimmt. Gott, die Filme sind aber auch so lange her, oder? Scary Movie Filme. Schade, dass YouTube-Links hier nicht funktionieren. Wer sagt sowas? Wir schauen uns sicher jetzt keine Scary Movie Clips an. Aber du kannst jederzeit Clips in den Chat posten. sieht halt keiner. Aber ich klicke drauf. Da nicht auf Deutsch. Geh weg. Ihhh. Och. Da ist es. Ach. Aber ja, das war The Village. Teil 5? Ich kann mich nicht an Teil 5 erinnern. Männchen. Männchen. Yes. Okay. Nicht wehtun. Nur einschläfen. Teil 5 ist Paranormal Activity. Ich glaube, ich habe Teil 5 einfach so aus Prinzip angeschaut. Er war halt wirklich einfach nicht gut und ich kann mich an nichts erinnern. Und das war ja auch das Ende von dieser Art von Filmen. Da kamen auch ein paar, die es probiert haben und kläglich gescheitert sind und das war es dann komplett mit dem mit diesem Genre. Da ist es. Okay. 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 Jetzt suche ich noch Krabbox. Ein zweites Krabbox. Ich finde, es gibt nur wenige Filme mit wirklich guten Fortsetzungen. es gibt schon ein paar. Es gibt bestimmt so Listen im Internet. Einer, der mir einfällt, ist Alien. Alien 2 definitiv besser finde ich als Alien 1. Aber da können die Meinungen auseinander gehen. Viele mögen ich finde Alien 2 halt viel geiler, weil es viel mehr Aliens gibt. Sehr viel mehr. Und allgemein, die Alien-Teile sind oft besser als der erste. Aber der erste ist halt OG. Aber der erste ist mir persönlich zu es passiert zu wenig. Aber ja, Alien 1 ist trotzdem saugut, weil er halt so unfassbar creepy ist. Weil sie halt alleine ist und es ist ein Alien. Ist halt wirklich so ein creepy langsamer angsteinflößender Film. Aber ich finde Alien hat sehr gute Fortsetzungen. Avatar weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. American Pie hat auch gute Fortsetzungen gemacht, ja. Jurassic World wurde auch mit jedem Teil besser. Großes ganz großes ist. Das steht hier einfach im Volke rum. Naja. Schau selbst der, der Dino heißt. Spider-Man 2. Planst du schon andere große Projekte nach Origin-Decks? Was? Dich habe ich nicht. Äh, Retro-Achiefments werden danach gemacht und Ribbon Master. Jurassic Park 1 und Jurassic World 1. Ja, das sind die beiden besten. Ich finde Jurassic Park 2 aber auch sehr gut. Ja, Jurassic Park 2 ist echt spannend. Die Stelle mit dem Wasserfall, sauspannend. Das sind Shiny Origin-Decks. Hahaha. Du bist der Erste, der das jemals hier geschrieben hat. Prometheus ist auch gut. Ich finde Prometheus auch sehr gut. Ich finde eigentlich jeder Alien-Film war echt gut. So, wo finde ich einen Baum, der genau am Rand von irgendeiner ... Aber ich kann ja gucken. Kann ich gucken? Wo finde ich einen Baum, der direkt so am Rand von der ... Ich glaube, hier waren viele Bäume. Der Schauspieler Fassbänder gefällt mir. Irisch-Deutsch. Was gibt es daran nicht zu mögen? Schottisch? Irisch. Ich glaube, der war irisch. Keine Bäume. Wo sind die ganzen Bäume? Alien-Film war der Beste. Du magst doch nur Benona Ryder. Gib's doch zu. Alien-Film hat eine grandiose Stelle, wo sie zwei Aliens einsperren und an denen testen. und dann bringt der eine Alien den anderen Alien um, damit das Blut quasi durch das Schiff durchgeht und er raus kann aus dem Gefängnis. So gut. Warum tun sie auch zwei Alien zusammen? Wissen die gar nichts? Wo sind die Bäume? Warum finde ich keine Bäume? Wie lief der Stream bisher? Ich habe sehr viele gefunden. Sehr viele Mons. Bleibt eigentlich nur noch die Schweren übrig wie Gastella und Metheno. Vielleicht hier, hier, hier. Und die restlichen gibt es erst nach der Story. Ich habe letztens Romulus geguckt, der war auch ganz gut. Ich hätte ihn so gern gesehen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe gerade Pasta zerbrochen. Spaghetti meinst du? Also wenn du selbst Henne zerbrichst, dann gehörst du direkt ins Gefängnis. Aber auch für Spaghetti kommst du in Jugendhaft auf jeden Fall kurz. Selbst als Erwachsener. Warum zerbrichst du Warum zerbrichst du Pasta? Als nächstes holst du ein Messer raus und tust Ketchup drauf. Dann isst du es mit dem Löffel. Ich muss mir ein schniekes Outfit im Game zusammenstellen. Wieso? Ich habe keine emotionale Bindung zu meinem Charakter. Wo sind all die Bäume, die dieses Spiel normalerweise hat. Oh. Hier wollte ich gar nicht hin. Oh mein Gott. Ich glaube hier gibt es das Cap Pikachu. Das können wir uns jetzt noch nicht holen. Ich muss hier wieder raus. Ah. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Da is er. QR Code, dude. Okay, wir können es auch jetzt machen mit dem Pikachu. wenn ich schon mal hier bin. Das heißt, ich muss irgendwie diesen QR Code einscannen. Das kann ich gar nicht machen, weil ich auf dem Emulator gerade spiele. Okay, ich kann es nicht machen. Ich finde es einen Ort süß. ich als jemand, der Pikachu überhaupt nicht mag, finde es eher so, als ob ich gerade mit Aliens eingesperrt wäre. Ich finde es gibt, meistens ist es schlecht, eine Fortsetzung zu machen. Jetzt gab es, glaube ich, wieder ein gutes Beispiel mit Joker. Anscheinend soll der neue Joker-Film echt nicht gut sein. Anscheinend soll der auch quasi hätte gar nicht existieren sollen und das Studio hat gesagt, wir müssen eine Fortsetzung machen, weil der erste so erfolgreich war. Und immer dann ist es halt ein Reinfall. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht würde er mir auch gefallen. Der neue Joker soll nicht gut sein. Aber es gibt viele Beispiele von guten Filmen. Horrorfilme haben oft gute Fortsetzungen. Vor allem, wenn es Horrorfilme sind, die kein Budget hatten und dann haben sie Erfolg und dann können sie mit dem Budget was noch krasseres machen. Aber Saw zum Beispiel ist schrecklich. Der erste Saw ist immer noch der mit Abstand beste Saw. Aber es gibt trotzdem zwischendrin ein paar Saws, die immer noch gut sind. Okay, hier, vielleicht hier, vielleicht kann ich hier oben runter und dann hier mal gucken. Ich verwirre die Joker-Reihe E, die hätten nach Heath aufhören sollen. Du weißt, dass diese ganzen Filme nichts miteinander zu tun haben. Glaubst du, der Heath Ledger ist der gleiche wie Joaquin Phoenix und Jared Leto gemeinsam sind alle der gleiche Joker? Nein. Die Spider-Man-Filme haben auch nichts miteinander zu tun. Actually doch, mit den Multiverse, ja, 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 ja. Conjuring-Filme mochte ich. Nur der erste. Frozen 2 fand ich sogar besser als den ersten. Ich habe nie einen gesehen. ich muss ans Telefon gehen, sorry. Achtung, das ist der Enkeltrick, leg auf. Alles gut. Ja, das war der Plummer, der morgen kommt und hoffentlich morgen die Heizung fixt. Funktioniert das so? Weiß es jemand? Kann ich hier einfach rein und raus gehen, bis dieser Haufen wackelt? Oder muss ich immer die Bären wegnehmen, dass wieder was Neues kommen kann? Ist heute Butter-Chicken-Tag? Nein, das war gestern. Okay, ich mache sie mal weg. So spät ruft jemand noch an, bei uns würden die sich beschweren. Würdest du dich beschweren, wenn jemand spät anruft? Ich fände es um einiges geiler, wenn die jetzt anrufen, anstelle, wenn du selber auch in der Arbeit bist. Stell dir vor, wenn du beim Rewe arbeitest, ruft jemand an und du kannst nicht rangehen, weil du arbeitest. Das ist doch viel geiler, wenn sie abends anrufen, wenn du zu Hause bist. Es scheint so, als würde das einmal am Tag nur möglich sein. Ist das so ein Kack Manfaxo-Ding, wo ich die einmal am Tag checken muss, die Dinger? 20 Uhr total okay. Ja, und hier ist es 19 Uhr. Ich bin eher froh, wenn jemand anruft. Das sowieso. Oh nee, was hier? Schon so kalt in Irland. Es ist schon den ganzen Sommer hier eiskalt. Nicht eiskalt, aber es ist unverschämt kalt. Wir hatten keinen Sommer. Wer arbeitet denn, wenn er angerufen wird? Tagsüber, wenn du vielleicht eine Arbeit vollziehst und im Büro sitzt und etwas machst und dann ruft jemand an und du kannst nicht rangehen, weil du gerade arbeitest und in einem Meeting bist. Mache ich Pause zum Telefonieren? Okay, was ist, wenn du keine Pause machen kannst, weil du gerade in einem Meeting sitzt? Du gehst von dir aus. Das ist schön, dass du immer ans Telefon gehen kannst. Ich auch übrigens, wie ihr gesehen habt. Auch nicht jeder kann immer ans Telefon gehen. Ich glaube, Happens kann nicht einfach ans Telefon gehen, wenn er gerade Inventur macht oder so, wenn es ein dienstliches Telefonat ist. Über was reden wir hier? Letztens eine SMS mit Hallo Papa, meine neue Nummer. Ja. Man darf nicht vergessen, wie viele Leute darauf reinfallen, weil sie so alt sind, dass sie es technisch nicht verstehen, dass man da einen verarschen kann. Ich meine, wir haben ein Dienst Telefon auf der Arbeit. Was hat es mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe? Süß. Hm? Du hast letztens einen Ping Call und die wussten sogar deinen vollständigen Namen. Klar, all unsere Daten sind im Internet aufzufinden. Ich würde euch nicht empfehlen, danach zu googlen, denn ihr könnt es eh nicht ändern. Also, für viel Geld könnt ihr es wahrscheinlich ändern. Aber auch nicht wirklich. Ich habe eine Zeit lang immer Fake Anrufe von Europol bekommen. Ich habe gestern auf Instagram einen Post gesehen von Interpol, wo stand Betrüger gefasst, melde dich jetzt, damit du deinen Teil kriegst. Quasi von wegen, wenn das die Betrüger geschnappt haben und dass wenn du jemals betrogen wurdest, sollst dich melden, um dein Geld wieder zurück zu bekommen. Ich glaube nicht, dass Interpol ein Instagram Post macht, wo einfach nur steht, ruf diese Nummer an, wenn du dein Geld zurück haben willst. Die Leute, die darauf reinfallen, ich verstehe es, wenn du super alt bist und null verstehst, wie sowas funktioniert. Aber wer auch nur ansatzweise unter inzwischen sogar schon 70 ist, würde ich sagen, aber 60? 60 auf jeden Fall, aber ich würde eigentlich sagen 70 Jahre alt. Wer unter 60 Jahre alt ist, der schämt euch, wenn ihr auf sowas reinfallt. Oh, Pikachu um Z, nice. Ich suche Bäume aber. Ja. Bei meinem früheren Job wollten Leute immer einen Flug buchen. Wir hatten anscheinend die gleiche Vorwahl. Auch geil. Eine saubekannte Nummer und ihr seid eine Nummer falsch und dann rufen dauernd alle an. Wo zum Teufel? Der Enkeltrick, ja, aber wenn du wirklich so 70, 80 Jahre alt bist und du siehst deine Enkel nicht oft und dann nimm mal an, dein Enkel ist 20 und du hast deinen Enkel seit zwei Jahren nicht gesehen. Du würdest, wenn du 80 Jahre alt bist, nicht die Stimme von deinem Enkel erkennen. Wenn jemand am Telefon zu einer 80-Jährigen behauptet, hey, ich bin dein Enkel, kann ich ein bisschen Geld haben. Da fallen so viele drauf rein. Natürlich. Okay, wie wäre es, wenn wir nicht Krabbox machen? Ich gucke mal, ob ich irgendwo ein geiles Enteron finde. Enteron. Okay, wenn er AI spricht, aber eben, wenn du alt genug bist, du checkst es nicht. Auch Canyon von Pony. Da ist Enteron. Beschwerlicher Pfad. Da komme ich noch nicht hin, oder? Beschwerlicher Pfad. Das ist das Ende. Da gibt es Enteron. Und Canyon von Pony. Ah doch, Canyon von Pony, da komme ich gerade so hin. Da ist jetzt zwar stockdunkler, aber da komme ich hin. Und drauf an, wo? Canyon von Pony. Surfer, 20% Enteron. Wo kann ich da innen drin, oder was? Inselprüfung. Ah ja, stimmt, da war Wasser. Okay, wenn ich in dieser Canyon von Pony, ja. In der Insel finde ich Enteron. Und mit... Feuchtigkeit, hoffentlich. Feuchtigkeit. Wolke 7, ja. Wolke 7 erkenne ich ja, wenn es das hat. Dann müssen wir kurz in die Dunkelheit, aber die Höhle sollte dann, glaube ich, nicht dunkel sein. Ja, das ist in der falsche Richtung. Ein wirklich guter Scam, den ich die ganze Zeit kriege, wo ich wirklich nachforschen musste, war... Und es ist auch, glaube ich, sehr getargetet. Ist über... Wegen meiner Website. Ich hab, äh... Das ist ja... Also sowas kennt man ja auch von zum Beispiel der Spar, wenn du bei der Sparkasse bist und sowas. Oder sonst irgendwas. Und ich hab halt meine Website auf einer gewissen... Also bei Webflow. Was ich eigentlich mal ändern muss. Aber nicht die Muse, Zeit und die Skills dazu habe. Aber Webflow ist quasi sowas wie WordPress. Aber auch eine Website, die dich Webseiten bauen lässt. Und ich krieg tatsächlich die ganze Zeit von Webflow-E-Mails, dass ich... Ja, nee, Quatsch. Nicht von Webflow, sondern von United Domains. Meine Websites sind alle registriert bei United Domains. Also leosmind.de und sowas. Und United Domains schreibt mich an und sagt, ähm... Hey, sie haben ihre Rechnung noch nicht bezahlt. Wenn sie nicht die nächste Woche bezahlen, müssen wir ihre Website runternehmen. Und es kommt wirklich auch von United Domains.com und sowas. Aber halt nur auf den ersten Blick. Und es ist wirklich perfekt schön geschrieben und auch... Sieht halt wirklich so aus, als würde es von United Domains kommen. Und es kann ja auch sein, so von wegen so... Hä, was? Okay, krass. Muss ich wohl irgendwas aktualisieren, dass das Geld abgebucht wird. Und ich hab, glaub ich, echt dreimal geguckt, so. Weil sie echt professionell geschrieben ist, die Mail. Und halt es auch wirklich sein kann. Ich bin so oft auf Uniteds reingegangen. Und hab überprüft, ob ich meine Rechnung bezahlt hab. Und ja, ich hab sie bezahlt. Und ich krieg dauernd. Und jetzt nach dem fünften Mal weiß ich natürlich, okay, weg damit. Aber die ersten zwei Mal war ich noch so, warte mal, was? Da gilt Regel Nummer 1. Googelt danach. Klickt nicht auf die Links in den Websites. Ja, in den E-Mails. Klicken sie hier, um ihre... Um ihr Profil zu bearbeiten. Mhm. Warte, ich brauch das Parasect noch. Warte. Ja, so SMS für Zoll und sowas krieg ich auch. Da muss ich immer gucken, weil ich das oft wirklich habe, dass ich Zoll bezahlen muss. Aber ich weiß inzwischen, wie eine echte Zollnachricht aussieht. Ich hab mir letztens so ein Service gegönnt. Ich bin nur noch nicht so überzeugt davon. Also, ich weiß nicht so recht. Ähm, ich hab mir so ein Service gegönnt, der das Internet nach all deinen Daten scannt. Und dann bei diesen Websites nachfragt. Oder die, denen quasi befehlt, meine Daten zu löschen. Was sie dann machen müssen. Problem ist nur, nachdem sie das gelöscht haben, haben sie jederzeit das Recht, die Daten wieder hochzuladen. Aber zumindest machst du den Webseiten die Arbeit, deine Daten zu löschen. Äh, und ich hab diesen Service bestellt. Und es dauert dann ein paar Wochen, bis sie das Internet nach deinen Daten gescannt haben. Und ich bin bis jetzt enttäuscht davon, weil sie haben anscheinend nur eine Sache gefunden. Einen einzigen Website oder einen einzigen Broker, der meine Daten hat, den sie dann angeschrieben haben. Bisher hat das einen gar nichts geändert. Also ich krieg immer noch täglich 20 E-Mails, die eindeutig Spam sind. Ich krieg immer noch Anrufe, die eindeutig ein Scam sind. Also ich glaub, es liegt zum einen daran, dass der Service aus Amerika ist. Sie haben auch inzwischen einen deutschen Teil, den ich gekauft hab. Aber ich glaub einfach, die deutsche... Der deutsche Teil von dem Service funktioniert noch nicht so gut. Oder es ist halt einfach... Ich weiß es nicht. Happy, du bist ein Kahnimani. So, zuvorkommend ist der Zoll hier auch nicht, dass er einem schreibt. Doch bei uns, der Zoll, schickt mir sofort eine Mail. Und einen Tag später kommt ein Brief, dass ich Zoll zahlen soll. Und das fand ich hier auch um einiges angenehmer. Ich weiß, in Deutschland musst du eigentlich immer da hinfahren. Und das zahlen und das persönlich annehmen. Hier muss ich einfach nur kurz ein QR-Code scannen und Geld überweisen und ein Brief geschickt. Meistens sogar schon am zweiten Tag. Oder einen Tag später. Ich nehm kein Telefon ab, bei der ich die Nummer nicht kenne. Ja, aber... Ich muss das machen. Weil sehr viele Leute mich erreichen müssen, die ich nicht kenne. Wie zum Beispiel der Plumber. Der Plumber. So, wo ist jetzt dieses Loch, wo ich da durch kann und Wasser dahinter ist? Ich glaub hier unten. Nein. Wo ist das Wasser? Ich bin bei solchen Nummern immer mit Polizeidirektion 7 rangegangen. Geil. Richtung Altar. Kurz vor den 3. Den 3 war's. Ich soll jetzt raus. So, ich soll jetzt raus aus der Höhle. Hey, war ich nicht. Ich mach jetzt den Schitzern. Tschüss, Maurydiven. Man muss den Zoll zahlen, wenn jemand, also das... In Deutschland, wenn die Zoll wollten, dann war es immer so, wir wissen nicht, was es ist, sie müssen vorbeikommen und bestätigen, was es ist und vor unseren Augen aufmachen und dann Zollgebühren zahlen. Und dann musste ich immer eine Stunde raus aus München fahren und da irgendwie am Arsch der Welt Zoll begleichen. Das war das einzige, wie ich es kannte. Oder ich musste keinen Zoll zahlen und alles war gut. Oder es wurde direkt abgebucht oder irgendwas. Und seitdem ich hier lebe, kriege ich diese Nachricht davor, dass ich es doch bitte zahlen soll und dann liefern sie es einfach. Zum Glück. Komm raus. Ja, ja, ich find's schon. Ruhe. Hä? Achso. Ein Parasic ist so schlecht. ... ... Das war's für heute. Da komm ich doch her. Hä? Alter! Achso, Fluffeluft ist an erster Stelle, obwohl es tot ist. Es ist sogar Fluffeluft bei mir. 29, Stampfer! Jawoll! Zählt das jetzt schon? Das sollte schon zählen. Sweet! Frubailando, bailando! Ich weiß nicht mal, wo in Berlin der Zoll ist. Wahrscheinlich irgendwo eine Stunde draußen, mitten auf dem Land. Oh, Royal. Ach, wegen Royal und Frucht. Innsbrucker Platz. Okay, oder auch mitten in Berlin. Die glücklichen Hauptstädte. Hallo, Peter. 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 Boah, was ist jetzt hier? Darf ich mich bewegen? Oh Gott. Peach ist in bestimmten Feldern, ne? Du kannst nicht einfach nur auf Route 1 sein. Du musst bei bestimmten Feldern auf Route 1 sein. Aber das weißt du sicher. shiny in 3, 1. Okay. Jetzt. Rechts neben dem Haus. Achso, du redest von deinem Pichu. Ich rede hier von Dingen. Altar. Nach Norden. Dann rechts. Halt. Zu weit. Ach, die drei Trainer, die da stehen. Ach, die drei Trainer, die da stehen. War ich hier? Nein. Insectium Z. Der hat ein Z für mich. Danke, Verox. Warum habe ich das nie gesehen, diesen Eingang? Als ich hier war. Gladiantri. Alles nicht sehr effektiv. Egal. Egal. Und. Hm? Um, 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 um. Du hast Pichu gefunden. Sehr, sehr gut. Enteron. Mit Feuchtigkeit. Äh, doch, Feuchtigkeit. Nassmacher ist eine Attacke. So war es, ne? Nassmacher ist gar keine Fähigkeit. Jetzt kommen hier auch Kack-Golberts, von denen ich nicht davonlaufen kann. Ah, ich bin Level 53, komm schon. Aber Goldbeard ist so schnell. Nein. Horrorblick. Jetzt kann ich noch nicht mal flüchten. Oder das Pokémon wechseln. Ah, ich kann es noch nicht mal umbringen. Ah doch. Mit einem einzigen Gigasorger. Ah, Rauchball. Ich weiß nicht, ob ich einen Rauchball habe. Oh, ich kann nichts machen. Muss ich es wiederbeleben, ey. Oh, es ist anstrengend. Oh, ich weiß nicht. Warum ist Goldbeard so anstrengend? Ah. Warum gibt es die U-Kinese nicht auf alle Gegner? Ich knudel den jetzt weg. Shit. Oh, mein Gott. Das hat halt kein Step bei Psy-Kinese. Aber ich mache jetzt einfach... Ich belebe es wieder. Ich habe kein Rauchball, glaube ich. Ich hatte irgendwas ähnliches mal, glaube ich, wo ich dann gesagt habe... Nein. Habe ich keinen normalen Belieber mehr? Doch. Ich wechsle jetzt einfach auf Parasek, wenn ein Enteron kommt. Und wahrscheinlich ist es sogar der nächste Encounter. Ich habe gar nichts Gutes gegen Goldbeard. Aber Insektium brauche ich trotzdem. Ja, aber jetzt kann ich immer flüchten. Mein Vierer ist bestimmt schnell genug immer. Krawell. Das ist das erste Krawell, was ich, glaube ich, sehe hier. Spider-Gwen. Spider-Gwen ist es nur, wenn es shiny ist. Ich habe genug. Das ist das Insektium. Nein. Hat der nicht irgendwas von Insektium gelabert? Ach, hier geht es noch weiter. Enteron wird zu einer richtigen Quest hier. Amphira, kriegst du es hin? Amphira, komm schon. Matchbombe. Nice, Amphira. Nice. Was ist hier jetzt? Achso. Das ist ein TM. Okay, nice. Das war's. Was war denn dieses Gelaber von Insektium? Nichts war noch irgendwo eine Stelle? Oh, du Gelaber. Hab ich das bei der Team Skull Basis geholt? Okay. Das heißt, aber warum labert der Typ dann? Das ist storytechnisch so viel früher passiert. Also ich habe Insektium. Das kann gut sein. Kaum überhaupt Pokémon mit Tohado. Muss doch. Wobei, nee. Ich glaube sogar nicht. Stimmt, die Truhe voll mit Insektiumkristallen. Ah, dann labert der einfach. Doch. Aber auf PokéWiki steht in den Tabellen immer Lapras Wellenritt. Für Surfer. Kommt auch mit Tohado. Und ich bin hier richtig. Du hast ja auch einen Enteron gefangen. Kann ich auch angeln? Ja, hast du. Okay. 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 Enteron surfen 20%. 80% Golbert. Angeln macht Tratini für 10%. 10% dauert halt. Ist halt so obstrus. Ich finde es angenehm, dass nicht so viele Pokémon dauernd kommen. Aber es ist komisch, dass sobald ich an Land gehe, also beim Surfen, kommen echt wenige Encounter. Extrem wenige. Gab es schon Shinies im bisherigen Run? Nö. Das ist ja was Besonderes. Wir holen uns nur ein Enteron. Aber wir Feuchtigkeit brauchen, damit uns Metheno nicht weg explodiert. Leichter Aufwand für Metheno. Dann müssen wir noch hoffen, die richtigen Farben zu finden. Okay. Metheno kannst du auf jeden Fall brüten, ich weiß noch nicht, Metheno glaube ich ist so wie Flabebe und Pumpkin, dass nur das rauskommt was du brütest. glaube ich nein was gibt es heute zum Abendessen? keine Ahnung, ich hoffe es gibt bald was Spaghetti mit Ketchup, niemals wird es überhaupt die Zutaten dafür in diesem Haushalt geben also langsam könnte erst 20% Enterung kommen warum wird man in diesem Game nicht vor Ultra-Nekrosma gewarnt? naja wenn du die Story spielst wird gesagt hey du musst jetzt vor kämpfst jetzt gegen Nekrosma, also du bist schon gewarnt was ist denn das Problem? hast du es jemals probiert? selbstverständlich ich weiß wie Ketchup schmeckt Ketchup ist widerlich du bist, du wusstest nicht von der unfassbaren Stärke ja es ist sehr stark was glaubst du warum ich nicht weiter gespielt habe sondern erstmal alle Pokémon jetzt fange ich habe aber nicht so viel gelevelt dabei ach echt? wie dachtest du du bist jetzt gefangen vor Nekrosma und musst für immer versuchen es zu besiegen natürlich, du gehst einfach zurück beziehungsweise wenn du stirbst bist du wieder beim letzten Pokémon Center und kannst weitermachen ja, hä? du bist doch gestorben sonst wüsstest du ja nicht von der unfassbaren Stärke wenn du gestorben bist, weißt du du bist beim Pokémon Center kurz danach neu gestartet tja ungeduldig eyy Entorum überlebst du einen Flammenwurf erstmal schauen ob Parasek es überlebt auf auf